hallo und herzlich willkommen zu diesem spielbericht von warhammer fantasy battles 8 edition mit silent 87 hallo und mir dem diese finger eurem lieblingshaus auf diesem kanal wir spielen heute ja jetzt richtige warhammer fantasy 1250 punkte skarven entgegen das imperium das ist schon ewig lange her dass wir das letzte mal warhammer gespielt haben ich glaube wir müssen das regelbuch wälzen während dessen wir machen aber mal einfach den versuch die kamera laufen zu lassen und erst wenn so richtig probleme mit regeln sind machen wir zwischendurch aus denn ihr habt ja lange gefragt und oft gefragt wann gibt es mal wieder fantasy und ich führe jetzt das letzte mal meine arbeit in der truppe aus bevor die umstrukturiert wird eine vorstellung der truppe gibt es gleich nach der aufstellung und eine vorstellung der truppe des skarven vom silent auch aber silent sag doch mal grob was für eine taktik verfolgst du und was versprichst du dir vom kommenden spiel meine taktik ist es mit den sturmratten einen recht harten kern zu bilden mit armeestandarte daneben den clanratten block mit den clanratten die flanken ein bisschen abzusichern und zwischen sturmratte und clanratten mit skarvensklaven aufzufüllen die ich vorheizen kann wo ich problemlos mit den kriegsmaschinen noch durchschießen kann ohne dass mich das stört ja also grundsolide wie du eigentlich deine infanterielastige truppe sonst auch spielst ne sehr ähnlich ja also relativ einfache list ich habe auch gesagt mach nicht so was schwieriges dass wir auch nicht so viel nachgucken müssen man vergisst ja auch sachen mit der zeit oder vermischt was spielsysteme bei mir sieht es ähnlich aus relativ harter kern was man beim imperium so hart haben kann das übliche sperrträger mit so ein bisschen beschuss und vier kavalerie für die flanke weil ich möchte einmal so richtig auf der flanke und dann durchheizen das hatten wir vor drei vier jahren schon mal ja recht am anfang wo ich dich in der zweiten runde mit so einer fast nur kavalerie liste getabelt habe bis auf der block sperrträger für den fall dass so ein missionsziel den kommt der wachtturm genau jetzt habe ich ein bisschen modifiziert dass ich ein bisschen mehr empfangen aber ähnliche taktik wir gucken mal was passiert und ich würde sagen wir würfeln gleich mal die mission aus und dann stellen wir auf mal so euch wünsche ich viel spaß also wir wünschen euch viel spaß wenn euch hier etwas gefallen hat dann das hier wenn es euch nicht gefallen hat ruhig einen dislike geben dann auch schreiben was nicht gut gefallen und bei regelschnitzern oder sonstigen zu haben bei fantasy 8 edition auch ruhig dazu schreiben übrigens die sie oder seite pass mal auf da hast du vielleicht was nicht hundertprozentig richtig gemacht also los geht's mit dem spiel warhammer fantasy battles 8 editionen 1250 punkten imperium gegen skarfen wir beginnen hier am spielfeld als allererstes mit der art der schlacht 1w6 was spielen denn heute wir spielen nummer zwei angriff bei dämmerung dass das mit der zufälligen aufstellung wow das wird spannend schon lange nicht mehr gespielt und dann sowas dann würfeln wir mal aus wegen seite auswählen und erste einheit fünf sechs du darfst dann nehme ich ach nee echt ja hätte ich jetzt nicht gedacht okay dann noch bei dämmerung weißt du noch die flanken sind 18 zoll zwölf zoll in die tiefe ganz normal dann würfelst du aus du sagst eine einheit für die würfel ich jetzt eins ist auf der linken flanke zwei auf der rechten drei bis fünf zentrum sechs freie wahl ist eigentlich ganz einfach also drei bis fünf ist zentrum eins war links und zwei war rechts das können wir auch hier testen das ist ja kein problem und zwar einmal aufgesteckt hier da ist 18 bis da ist 12 dann fangen wir an mit einer ersten einheit bin gespannt die forschung der armee gibt es übrigens gleich wenn wir wenn wir alles einmal aufgestellt haben alles steht dann gehen wir noch mal kurz drüber und dann geht es mit der ersten runde los dann nehme ich zuerst die kommen in dem fall sofort in die einheit wo sie rein soll okay das heißt ich sag ich ich stelle jetzt zuerst hier die plan ratten auf genau heißt dann die linke flanke links also nach da das ist deine linke flanke richtig das hast du gut erkannt der silent ist sich bewusst wo links und rechts ist manchmal ich bin auch schon mal ein bisschen zu bauen das hier alles funktioniert ich muss die nachträglich dann reinsetzen aber ich weiß wo sie rein wollen ich habe auch gerade das handy ich muss mich krampfhaft an meinen kaffee festhalten sonst fahre ich um dann starte ich mit 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 den mehrfelder stachel schwein das war dann das begrenzungswürfel 3 im zentrum cool der stachel schweine sind regel mäßig diese wir machen ja wahrscheinlich genauso wie immer mit den feldern mit der kavalerie und sowas ja standardmäßig sind die welt schon auch stehen die jungs mal da und hier muss ich ja diese 3 zoll haben diese 3 zoll haben 1 2 3 passt nicht mist wo sich das anders machen ich werde ich dir einfach ganz doof hier so hin gut wenn ich dann nehme ich hier dies gab es werben 3 zentrum ich finde es sehr spannend das imperium jetzt noch mal so ein letztes mal zu spielen so wie es ist bevor es umstrukturiert wird zum beispiel die musketenschützen die kommen ja dann ins nordland hochland und die andere nicht mehr mal zu tun wird spannend so geht gut wenn vorher sagen kann das ist eine 5 zentrum kommt doch alle her hier kommt hier hin die dicke er hat aber noch keinen namen deshalb kann ich nicht sagen über die dicke bärte oder sowas nicht so machen wir mit Sklavensklaven weiter eine 2 das ist dann noch eine rechte Flanke ja die stehen ja noch fast richtig ich stelle die hier in den wald so die jungs hier stehen auch im zentrum oi 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 da ist schon klar ich schiefe die oi wir mögen haben 24 so das ist am ort so das ist doch hier auf die seite ich bin mir sicherheitshalber da vorne noch ein stück frei falls ich da was weiteres hinstellen muss wichtig nochmal hier die gehören nicht dazu sonst kaufe ich dir gerne mal als Abteilung diesmal ist das wirklich komplett eigenes Regiment deshalb ist auch noch ein Chef drin gut Flanratten samt Häuble ja wohl eine 2 auch recht sie kommen auf der rechten Flanke die stellen damit ich innerhalb der 18 Zoll bleibe äh der Zoll ja sehen die Reifen 6 freie Wahl also hier ist ja durchmarschieren für alles was Kavallerie ist das ist ja monströse Kavallerie ist ja dann mit dem gefährlichen Gelände das heißt ich mach das jetzt einfach mal ne freie Wahl ist äh komplett frei stellen oder welches du darfst jeden von den drei Bereichen zusammenstellen einhalten muss ja ist komplett egal wo das heißt ich kann nicht nur da oder da sondern ich kann auch genau richtig vielleicht dann stehen die hier wo hab ich mal wirklich hier die Sturmratten mit Generalgrappling mhm wuhu freie Wahl na gut das ist jetzt bei dir ein bisschen weit auseinander da hinten ne mhm ja das Problem ist dass ich die zuerst gestellt habe mein Armee Standard jetzt da steht das Problem ist einfach dass wir das ey das ist zu weit vorne also nicht das Problem ist einfach dass wir dieses Spiel schon ewig lange nicht mehr gespielt haben das sowieso deshalb lustig wird wie das alles funktioniert ja ich glaub das gibt da nochmal seinen eigenen Reiz also wenn wir Noob Fehler machen ist klar wir haben es schon ewig nicht mehr gespielt wollten wir euch aber den Service bieten nochmal noch Spielberichtigen zu machen Roller Fantasy weil das sowieso viel zu selten kam in der Zeit also ich stell jetzt einen nach hinten ja lass den einfach hier neben aber stehen der steht da in der Lücke ja genau da habe ich hier die Reite da habe ich hier die Reite Drei auch das Zentrum meine Güte ich sehe schon eine sehr äh massige Form da stehen die so hier da warte mal bitte meins liegt voll im Buch die verschlage ich wenn ich gleich die Seite ne gut gut die stehen da gut der Priester jawoll der hat ein einzelnes Modell läuft eine Eins links wie ist denn hier los 4 auf Zentrum Scheiße wie sieht das jetzt aus mit meinen Kriegsmaschinen für jede einzelne Würfe ich würde sagen ja mhm ich denke doch ich denke doch ich könnte gleich mal nachlesen gut aber 1 Zäule die sind ja nur Lebensbuchmarker ne das ist ja nichts von der Einheit 1 Zäule 2 2 wir sind entweder alleine 2 2 2 hier steht nichts von Kriegsmaschinen alles muss extra gewinnen dann muss die würde ich sagen würfelst du die auch extra ja dann kommt das Katapult Jawoll. Eine 3 ins Zentrum. Wahrscheinlich geht das so äußern, weil es indirekt schießen kann. Richtig? Ich bin so schlau. Aber trotzdem so, dass ich hier noch schöne Sichtlinien ziehen kann. Jetzt wird spannend, ob die Taktik aufgeht oder nicht. Die Frage ist, wo kommt das Ding hin? Wo kommt der hin? Komm schon, 6. Nein! Zentrum! Auf Monströser Bestie hat der Bärreich weiter, ne? Oder ist das nur auf einem Monster? Ist das nur auf einem Monster, ne? Nein. Gucken wir gleich nochmal nach. Der Skavengeneral auf Rattenburger gibt auch 18 Zoll weiter. Wo will der denn hin? Der will erstmal hier hinten stehen, damit er nicht von anderen getroffen werden kann. Okay, ich bin fertig. Erst da. Wobblitz-Kanone. Wobblitz-Kanone. 1,4 ins Zentrum mit der... Scheiße, verdammt. Entschuldigung. Wir sind ja hier im... Nicht Scheiße, Mist, sag ich. Jetzt ist alles aufgestellt. Ich habe plus eins. Noch mal kurz vor euch zur Info. Wir haben hier leichte Deckung durch die Wälder. Wir haben da gefälliges Gelände für Kavallerie. Infanterie, leichte Deckung mit Feldern, auch gefährliches Gelände, da sind Mauern, ist harte Deckung, klar, wenn ich direkt dran stehe, das hier ist unpassierbar, diese Steine, die Gebäude sind auch einfach unpassierbar, beziehungsweise harte Deckung, wenn mehr als 50% weg sind, und die sind nicht begehbar, sonst haben wir keine magischen Einflüsse auf dem Spielfeld oder sonst was, und wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz die Listen. Und da der Silent als Gast da ist, fangen wir mal auf seiner rechten Flanke an, was da so alles steht, normalerweise würden wir Verdeckt spielen, sag mal bezüglich dessen, dass die Zuschauer wissen, was Sache ist, was da alles so drin ist. 28 Clanratten mit Schilden und Handwaffe, 20 Skavensklaven, Sperr und Schild, aber warte doch, da hinten steht noch einer dran. Genau, Armeestandarte, der Armeestandartenträger hat ein Schild, das war's, kein magisches Klimpel, hier haben wir 28 Sturmratten mit angeschlossenem Rattling-Team, General mit zusätzlicher Handwaffe. General heißt Kriegsherr? Kriegsherr, genau. Und irgendeine magische Größe, was ich gerade wieder vergessen habe. Soll ich einen Clown-Katapult? Ja. 28 Skavensklaven, Schild und Schleuder. Mhm. Wobblitz-Kanone. Ja. Zauberer Stufe 2. Mhm. Hier haben wir dann nochmal 29 Clanratten, Speer und Schild. Kommando? Fragezeichen? Genau, alles hat ein volles Kommando, also bei Skavensklaven Musiker und Champion. Ja, genau, die können keinen Banner. Und bei den anderen komplett volles Kommando. Sonst Weezywake. Okay, cool. Dann schwenke ich einmal rum. Und beginne auf meiner linken Flanke. Das Ganze ist nämlich Falkenhorst Vierte, die Aberlander Entsatzstreit macht. Nicht entsetzliche, sondern Entsatz. Hier vorne haben wir Ritter des Inneren Zirkels mit einem Rittmeister. Dahinter haben wir den guten Robert Falkenhorst, einen Feldherr des Imperiums auf Pegasus, Lanze, Plattenrüstung und Schnickschnack. Hier haben wir fünf Epistoliere. Dann haben wir eine Höllenfeuer-Salvenkanone. Dann haben wir hier zehn Musketiere, die zu den Merkfelder Spachelschweinen gehören. 24 Sperrträger, volles Kommando. Da drin befindlich ein Kriegspriester mit zusätzlicher Handwaffe schwerer Rüstung und ein Armeestandartenträger mit Plattenrüstung und Schild. Dahinter, separat, nicht als Abteilung, zehn Bogenschützen mit dem, äh, wie heißt der? Schützen-Typ, also dem Champion der Einheit. Und hier haben wir noch drei Demigreifenreiter mit einem Rittmeister des Inneren Zirkels. Ich komme mit meiner Liste auf 1249 Thaler an, also Sold für diesen Einsatz. Silent, wie viel hast du? Äh, 1250,5. 1250,5 Warpsteinhappen. Das heißt, selbst wenn ich verlieren würde, wäre es ein Sieg für mich, weil du spielst unfair mit 1,5 Punkten mehr. 0,5. Ne, ich habe nur 149. Ja, wir haben uns aber festgelegt auf 1250. Ne, ne, ich habe 1 Punkt weniger, also in unserem einen hat 1,5 Punkte weniger, das ist sowieso ein Sieg für mich. Und los geht es mit dem Wurf der ersten Runde und dem Epic Handshaker nach. Genau. Äh, warte kurz. Stopp, Vorhutbewegung. Vorhutbewegung kommt auch vor dem Wurf. Das werden wir jetzt eigentlich auch egal bewegen. Ne, das muss ja alles korrekt bleiben. Ja, gut. Und zwar dürfen die bis hier, zumindest der erste, tippel, 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 dann machen wir sie da bereit und richten sich so aus, falls die irgendwelchen Beschuss entgegennehmen müssen. Sonst sind es ja leichte Kavallerie, dann können sie sich ja wieder... So, jetzt gucken wir. Und zwar, Plus 1, 7. Da kommst du nicht drüber. Silence? Jo. Auch ein gutes Gekrieke? Denke ich doch. Und ich hoffe, dass ihr auch euer Spaß habt. Bewegungsphase. Werden wir die heute mitfilmen oder werden wir die wegschneiden? Machen wir sie mit, oder? Machen wir mit, ne? Wir kriegten eine komplette Bereitseite. Heute Wallener Fantasy, weil es es so lange nicht gab. Ich beginne mit sowas wie Pflichtbewegung. Kann mich nicht Angriffe ansagen. Nö. Bewegungsphase. Ich starte hier auf dieser Seite am besten mal. Ich möchte nämlich mit den Jungs hier, die haben eine Reichweite von 16 Zoll durch die Pferde, ich nehme den als Mittelpunkt, gehe hier auf die Ecke, wo ich es gerade knicke. Und gehe dann nach da. Dankeschön. Dankeschön. Bitte sehr. Da steht der mittlere. Plopp. Und jetzt habe ich das Ding mit den 45 Grad Finkel. Das heißt, ich muss die jetzt noch ein bisschen so drehen. Und dann fühlen die sich da ganz wohl. So, die Kavalleristen haben nur 14, weil die die Rossharnische besitzen, wenn die marschieren wollen. Die gehen 8 nach vorne. Na, sagen wir 7 sind das jetzt. Schwenken 1 Zoll, um hinten noch nicht in den Wald reinzukommen. Dann sind wir bei 8, dann sind wir jetzt bei 10, 11, 12. So, den die greifen. Auf der anderen Seite mal geguckt. Die wollen nicht ganz so weit. Platschen. Mal so ein bisschen nach vorne. Die plenkernden Bogenschützen können ja theoretisch marschieren und schießen, ne? Sind doch Plenker. Wenn die Plenker sind dann, ja. Dann nehme ich mal den nach da. Das ist mein Echtpunkt. Das heißt, die sind im Feld. Yay. Eine Schütze im Kornfeld. Der ist immer frei. Hey, ein Schütze im Kornfeld. So. Der harte Kern bleibt stehen, ist klar. Mein Chef möchte nicht weggeblitzt werden. Deshalb floppt der erstmal nur hier so hin. Das ist halt nicht von der Wopps-Kanade. Wobei, du kannst auch analysieren, ne? Du brauchst das ja nicht mal sehen. Ach, Mann. Das ist noch eine Sache. Das ist noch eine Sache. Ach, komm. Der flappt hier hinten hin. Genau hinter dem Wald. Das heißt, er landet nicht im Wald, muss kein kleiniges Gelände testen. Richtig? Richtig. Richtig. Ha, ha, der Pistolier hat eine ballistische Fertigkeit von vier, wenn ich mich nicht täusche. Ne, von drei ist ein Mensch. Das heißt, er trifft auf die vier, die sind marschiert auf die fünf, wenn ich mehrfach Schüsse machen würde, auf die sechs. Puh, ich mach mir einfach Schüsse. Puh, ich mach mir einfach Schüsse. Das sind sechs, zehn Schuss insgesamt auch bei den Magiertypen. Tut mir sorry, aber was soll ich machen? Und zwar auf die sechs Treffen. Das ist ja quasi zehn Prozent. Kommt mit einer Stärke von vier, die Waffe gegen einen Widerstand. Von vier, nee, warte, fünf. Fünf, vier, fünf, acht, neunzehn, vierundzwanzig. Solchen Priester fünf. Okay, dann haben wir eine, eine fünf. Aha, eine fünf. Das heißt, Stärke vier, Minus-Eins-Rüstung, Rüstungsbrechen, falls er irgendwas anhat. Hat er nicht. Dann ist ein Lebenspunkt weg. Warte, da haben wir wieder Geburt. Genau. Da war der magische Gegenstand. Nein? Nein. Hat er noch einen Lebenspunkt. Gut. Die Bogenschlössen. Die Bogenschützen. Das ist schön, ich darf ja voratmen lassen. Die Bogenschützen schießen so aus ihrem Feld raus. Denn können die, die da hinten berühren? Oder reicht nicht, ne? Du kommst bis an die Sammelbase. Dann, base ist base. Dann schießen die Bogenschützen, zumindest die ersten fünf, die können, mit den 24 Zoll, auf eine, was war denn das? Slaven? Slaven. Weil sonst wäre der Schuss, sonst wäre das hier verschenkt für die Runde. Die treffen auf die vier, lange Reichweite fünf im Wald, auf die sechs. Und haben sich bewegt auf die sieben. Sechsen, eine, und das muss eine Vierplus sein, dann, jup. Ja, einer trifft. Stärkt drei, Widerstand, drei, auf die vier. He he. Pim. Ähm, Schild wahrscheinlich. Schild, ein sechserer Rüstungswurf. Nein, nein. Damit geht ein Mausen nach Hause. Da haben wir noch nix. Ja, was hat denn so eine HWS? Weißt du das zufällig? Äh, äh. Bitte? Was meinst du jetzt? Die Höllenfeuerleisenkanone. Drei, vier Funktionen hintereinander. Die hat doch auch, glaub ich, nur 24 Zoll, ne? Ich weiß es nicht. Ja, 24 Zoll, das heißt, da ist nichts in Reichweite. Das heißt, das war mal eine Runde. Guck mal. Das ging aber wieks. Das ist aber, also für so'n kompliziertes Spiel, wie das immer ist, hier so, geht das aber verdammt schnell. So. Erste Runde Skarven. Äh, ich sag einen Angriff an. Jo. Vorgetäuschte Flucht. Gut. Sieben plus Grundbewegung, ich hab zwölf. Was war das nun mal? Ich hab die Grundbewegung da auch noch drauf, ne? Ich weiß es nicht, wenn das bei deiner vorgetäuschten Flucht aussieht. Das ist eine Fluchtbewegung und dann sammeln die sich automatisch wieder. Fluchtbewegung war nur 2W6. Also bei Kabelerie 3W6. Das heißt, ich wäre, äh, warte mal, das ist hier vorne, wenn die sich umdrehen, so rum. Ich käme bis hier, in der Bewegung. Scheiße. Plus. Das brauchst du gar nicht, ich seh das schon. Ich seh das schon. Grundbewegung 5, zwölf Zoll komm ich. Du richtest ja erst mal aus, ne? Genau. Also, meine Jungs drehen sich um. Das jetzt hintere ist dann gleich das vordere. Und dann wären sie hier. Und dann kriegst du sie, glaub ich. Das wär ja echt schnell. Unglaublich. Ey, das ist doch... Der erste Würfelwurf ist schon scheiße. Verdammt. Okay, du stehst hier vorne, wo die stehen. Die Pistole sind raus. Wuhu. Das ging flott. Ja. Wir haben ja gesagt, wir spielen heute ein schnelles Spiel. Und mir fehlen die Wiederholungswürfel. Die sind nicht warm gewürfelt. Warte mal. Hätte ich die warm gewürfelt, wäre ich Problem, dass weggekommen. Ja. Aber, was nicht ist, ist nicht. Ich guck noch mal eben, während du da weitermachst, ob das wirklich nur die Flucht ist. Oder ob da noch was draufkommt. Ich glaube, aber das ist nur die Fluchtbewegung. Sag mal, was du machst. Ja, und jetzt nicht. Ich maschine mit meinem Sklaven-Sklaven-Schleuder-Block einfach ein bisschen nach vorne. 5 Zoll. Das heißt, marschieren. Ich bewege mich nach vorne. Weil, wenn ich marschiere, verliere ich meinen Schussphase. Stimmt. Können wir doch regeln. So, dann gehe ich weiter zu den Sturmraten. Die schränke ich 2 Zoll Richtung Demi-Greifen. Na, ich mache mal 3. Du, du kannst da ruhig, ich sehe das gleich sowieso alles, wenn ich da schneide. Also, wenn du beschissen hast, sehe ich das. So, bewege mich so. Dann stelle ich den General wieder daneben und die vergessene Ratte hinterher. Boah, die vergessene Ratte. Ach, die weitertensechen. Wie weit sind die denn weg von meiner... Kanone. Dann ist Schatze. Ein halber Zoll fehlt. Dann wackelt die einfach hinterher bei den Sturmraten und stellt sich hinter das Regiment. Ja, es ist tatsächlich so. Wenn die Fluchtbewegung nicht reicht, dass du mich mit der Anlaufsbewegung einholst, ist es weg. Haben wir richtig gemacht. Die sind nach vorne gewackelt. Mhm. Der Wald bekommt seinen Baum wieder. Brauchst eben den Support. Wald wegräumen. Baum abreißen. Den hier zum Beispiel. Ja, der muss jetzt weg. Der Wald muss weg. Jawohl, der Wald muss weg. Okay. Shit, shit, shit. Ich glaube, es sind 90 Punkte gewesen, ne? Jo. 90 Punkte weg, die dir gar nicht mal einen Lebenspunkt gezogen haben. Jo. Und das Ganze... Ähm, 28 mal 4. 120. Okay, die haben ja Punkte noch nicht ganz weg. Ich sag mal 140 Punkte sind das. Circa. So, ich guck mal eben nach, ob ich die... Äh, wir sind bei der Magiephase jetzt? Ja, okay. Bewegung, oder, 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 oder. Ich würde jetzt den noch hier beim Zaunbegriffen ins Feld. Mhm. Ich mach schon mal den Schmeiß. Ich mach schon mal den Schmeiß. Wir haben zwei, sechs. Neun. Das ist gut, sechs für mich. Kanalisieren. Bleibt bei neun. Kanalisation wegen Kriegspriester. Nein. Fünf, fünf und vier. So, ich versuche den Pestodem. Ich darf ja vorher messen. Der bringt mir nichts. Mhm. Dann machen wir die Ungezieferflut. Ja. Ist ein Schadenszauber mit Schablone. Mhm. Ich nutze fünf Würfel. Zauber, ich nutze vier Würfel. Zauber wird von acht. Mhm. Wo will der hin? Der will gerade raus. Ach so. Das ist einer, der in gerade Linie weggeht. Okay. So, neun, zwölf, fünfzehn. Zauberschule 3, siebzehn. Der Kriegsbeetpriester fühlt die finstere Energie und betet voller Inbrunst zu Sigma. Na, der sieht gebannt aus. Ich würde sagen, ne, das ist nur neunzehn. Gut. So, dann kommen wir zu meinem... In meine Lieblingsphase, die Beschissphase. Ja, ich merke das schon. Also hier ist meine ganze, ganze Strategie gerade in der Wurst. Weil der ist doof ausgerichtet jetzt. Richtig doof. Scheiße. Egal, ich will mich nicht beklagen. So, wo ist mein... Was möchtest du? Reichweite Schleuder, hast du zufällig im Kopf? Reichweite Schleuder, 1248. Ach so, die schleudern. Die schleudern. Die. Ähm, sechs. Nee, sechs. Na, na so. Soweit bestimmt nicht. Binderlisse, Kanonen. 90. Also Seite, nicht 90 Zoll. Ach so, Seite 90. Das verbinde ich nicht mit falschen... Oder Seite 68. Nö, hab ich schon. Na, kam. Muskete. Grundbuch. Schleuder. Reichweite 18 Zoll. 18 sogar. Verrückte Sache. Welche anschleudern? Die und die, oder? Ne, nur die. Klar, die schmeißen jetzt mit den ganzen Schleudern in die Ritter rein und reißen noch einen vom Sattel. Ich sehe, das schon kommt. Ja, ich versuche es einfach. Ja. So, ich nutze Mehrfachschüsse 2. Die stehen 7 bereit. Das heißt, du hast 14. 14, 28. 28. Uiuiuiuiui. 8. Machen wir mal 14. 14. BF von den Horschis. Ich meine 2, weil es Gabensklaven sind. Dann wäre es auf die 5, dann wäre es auf die 6, dann wäre es auf die 7 wegen langer Reichweite. Gabensklaven BF 2. Ja, BF 2 macht 5. Wertfachschüsse 6, lange Reichweite 7. Die ersten 14, erst mal 6. Einer? Der muss mindestens eine 4 plus sein. Ja, einer. Ich lege mir mal einen hier neben. Ach so. Dann der zweite, also die zweite Salve. Kleiner Stein aus den Schlingen. Einer, nochmal eine 4 plus. Ja, sind 2 Stück mit einer Stärke von? 3. Drei, gegen LV ja schon, von 3. Also auch die 5. Ne, 4 plus. Ich glaube, ich zumindest. Dein Gleichstand ist es, das ist mal 4 plus. Das sind normale Menschen, ne? Jo. Dann würde ich 1,6 Meter erwischen. 1,6 Meter, Stärke von 3 macht nix. 1 plus Rüstung. Ding. Gegen den Helm und der ist jetzt ziemlich sauer. Das ist mir egal. Das darf er gerne sein. Okay. Huje huje. Jetzt kommen die fiesen Sachen, ne? Genau. Hier ist mich indirekt. Mhm. Fehl Funktion, Fehl Funktion, Fehl Funktion. Machen wir einen Schmeiß 6 ist böse, 1 bis 2 passiert nichts Und bei dem anderen wirst du das Ziel ändern Ich muss nur gucken, um wie viel Zoll Ja, gerne 3 bis 6 Zoll 3 bis 6 Zoll In eine beliebige Richtung In eine beliebige Richtung Das sind 10 Das ist aber nichts Von da aus, dann kann ich hier ins Feld Da passiert nichts Haben wir einmal ein bisschen Grütze im Feld Also das Getreide würde ich nicht mehr essen wollen Hier wird alles hinterher gebrannt Sollte ich gewinnen Aber ich gewinne ja sowieso Ich bin ja 1,5 Punkte weniger als du Die Wobblitzkanone Nein Für ein wenig Hübschigkeit Nein, 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 nein Wird die ein Stück gedreht Der Sprung 10 4 Das ist voll hier vorne auf dem Pferdekopf Also der Pferdekopf Wie lang zieht der Blitz Und welche Stärke wird er haben Okay, das heißt Der geht von da 2 Zoll Das ist ja vordern Vordere Front Also vordern ist Ja, das ist die Front Das heißt, der durchschlägt Nichts Der kommt auf dem Popo wieder raus Gut, und dann kommt die Schablon Das sind alle 5 Oder ist der vorne, der durchschlägt, noch mal extra? Nein 2, 4, 5 5 Treffer Stärke 2 auf dem Schwerpunkt 3 Auf die 5 Und damit gehen 3 nach Hause Da ist keine Rüstung zu Da ist keine Rüstung zu Da geht die Taktik gerade hin Ich glaube, wir müssen gleich Also so wie das aussieht Sind wir in einer halben Stunde fertig Und wir müssen noch mal in der Ranch Weiter noch ein Schuss? Ähm, nein Ihr habt dich bewegt Die darf nur stehen und schießen Moral getestet Bleib stehen Gut Damit ist Skravenrunde 1 vorbei Wupp, wupp Also Sind wir in Runde Nummer 2 Und jetzt wird es Fügelstaunliche Rache geben Ich weiß zwar noch nicht wie Oder warum Das warum kann ich dir sagen Na klar, warum Ist es Ja, die Lebensweisen stehen da Ein bisschen doof Stellt selbst Fällt mir gerade mal so auf Ähm Er sieht ihn noch nicht Das ist auch blöd Bevor die hier mit der Wupplitzel Weggeschossen werden Achso, kürzester So Guck mal, geht das Wort Weiter mal Skavensklaven zerpuffen Zerpuffen Aber wenn sie zerpuffen Wenn ich sie eingegriffen habe Ist es trotzdem noch Dass ich überrennen kann Weil ihr seht ja ausgelöscht Weil ich ja dann den Zug annehme Sollte das stattfinden Ich meine ja Ich versuch's Was soll ich sonst machen Gut, ich nehm die Angriffe auf jeden Fall an Hier sag ich Stehen und schießen Klar Ich fang mal mit ihm an Hekasus in deine Klarer an Das sind neun Da brauch ich glaube ich gar nicht weiter messen Plus Bewegung Flap, 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 flap Maximal ausgerichtet Ist dann so Dann mach mal bitte hier Deine stehenden Schießen-Klamotte Sechs Geh mich ran Mit einer Achtplus Bewegung Komm ich auf jeden Fall ran Wenn noch was überlebt Ich mach mich mal ohne Mehrfachschüsse Reiß auf die sechsten Ja Einer Auf die fünf Rüstung Eins plus Das ist irgendwie so komisch da drin Ja Gut, die kommen ran Jetzt ärgere ich mich Dass ich keine Mehrfachschüsse Angesagt hab Plöp Was mach ich mir mal die noch mehr wissen Oh, die Demi greifen Warum auch immer Ich wollte sie mal einsetzen Die sind einfach nur teuer Und können nix Sieben plus Bewegung Komm ich ran Klack Und maximieren So So, das waren die mit den Späten Stopp Bevor jetzt irgendwas passiert Machst du da bitte einen Moralwerttest Die Demi greifen machen dann nicht Oder machen ja Setz nur eine Angst Nein, die machen nur Angst Mist, die machen nur Angst Mist, die machen nur Angst Du hast recht Wir wollen das ja richtig machen So, jetzt sind wir bei der normalen Bewegung Reguläre Bewegung Die Hoshis Hatsch mal weiter hier so hin Sind der immer noch am Plänkeln dran Zapp, zapp Ähm Die Ich stell den nur nach vorne Also Die Kanalien Schwenken wir ein bisschen hier so rum Warum, weiß ich nicht War jetzt gut aus Und dann war es das gut Bewegung Weil Hab ich nicht mehr Magie brauche ich noch nicht Das ist nur beim Schießen Jo, wir haben die Bogenschützen Und die Höllenfeuerkanone Kann Können Können Hach Womit fange ich denn mal an Ich glaube, ich fange mal mit den Musketenschützen an Die wollen nämlich in deine Sturmwappen Gurgens schießen Sie stehen nicht direkt an der Mauer Kriegen sie Deckung Ich würde jetzt theoretisch sagen, nein Ich hab mir gesagt, an der Mauer immer, ne An der Mauer oder im Feld Gut Dann haben wir eine BF von 3 Ähm Ist auf die 4 plus Lange Reißwerte 5 10 Schuss Sieht erstmal gut aus Bis ich dann die weggenommen habe, die mich getroffen haben Stärke 4 sind der Stand 3? Ja Die 3 Zweimal Rüstbrechen Stärke 4, also Rüstung minus 2 Die hat eine schwere Rüstung an Aber keine Schilde Dann sind 2 Dann war ich geizig Geiz ist geil Denkt man sich Bis man dann merkt, dass es noch nicht so gut ist Und dann haben wir die Kanone Ich setze Höllenfeuer, Seifenkanonen sehr selten ein Und dann kommt noch dazu, dass ich schon ewig nicht mehr gestiegen habe Ich muss mit dem Artillerie Würfel dreimal würfeln Und dann habe ich die Anzahl der Schüsse, die ich dann nach BF abhandle Also Rüffeln halten wir noch eine Ebenweise da rein Das sind 6 Schuss Das sind 8 Schuss Das sind 16 14 Schuss Das waren mal 10 Würfel von eben Die waren glaube ich ganz gut in ewig nochmal 14 Schuss BF ist 4 Also auf die 3 Lange Reichweite Auf die 4 Auf die 4 Alles was nicht ist raus Das ist sehr gut Jetzt hat er die Stärke von 5 Widerstand 3 auf die 2 Und losbrechend Ist egal die Stärke von 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Endlich hast du aber was gerissen und bist nicht in die Luft geflogen Danke, danke, danke 3, 2, 4, 6, 9 Das sind 4 Sachen Die Musketenschützen hatten ja gerade noch eine rauszusetzen, oder? Ähm Ja 2 2 Wie die Sturma steht, ist auch noch davon Stimmt Das ist würde ich sagen auf jeden Fall mal eine Hälfte Das ist jetzt die Seite Ich lege mal 2 Würfel auf die Sammelbase für die Ach ne Ja, in der Phase wird getestet Ja, ja Jetzt überlege ich mir das Schießen die da rein Die stehen in Deckung Schießen die da rein Und die zimieren hier noch mehr Das waren normale Kleinraten Das sind normale Kleinraten mit Armeestandarden Das ist leichte Rüstung Schild Das ist ein 5er Ja Die treffen Auf die 4 Auf die 5 wegen Bewegung Auf die 6 wegen Reichweite Und 7 wegen Deckung Bei 10 Schuss Den würdest du auf die 6 treffen Weil die Kundeckung steht Ich schieße in die Kleinraten Auf die 7 Also einfach 6 Das sind 2 Stück Und die nochmal auf die 4 Nein Nichts Leider 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 Kriegsherr Kriegsherr Moralwert 9 Entschuldige 7 7 plus 1 Rang auf die 8 Ok Mein Fehler Das hat's für mich ein bisschen hartbeißen Ach Die beide stehen Verdammt Gut Also gut für dich Dann sind wir in der Nachkampfphase Ja Genau Ich glaube Ich möchte die Ritter des inneren Zirkels als erstes anpacken Gut Die haben Ich setze mich schon mal Ach Die haben auf jeden Fall angegriffen Was weiß ich Die Ritter des inneren Zirkels Das ist eine Kerneinheit Allerdings nur Also Ortsgritte Die machen erstmal keine sonderen Sachen Die haben Initiative von 3 Du wirst wahrscheinlich eine höhere Initiative haben Ich glaube die Sklavensklaven haben eine höhere Initiative Vor mir stehen 1, 2, 3, 4 Dann hast du Schwere Das sind 12 Attacken Nein, nein Die haben keine Schwere Das sind nur 8 Attacken Handwaffe Nein Handwaffe Schildschleuder 8 Attacken Wenn der Pfotenführer damit macht sind es 9 Attacken Dann habe ich 9 Attacken Mhm Das ganze sind es Gabensklaven Mit einer Initiative von 4 Ja Da schlägst du auf jeden Fall zuerst zu 2, 6, 8 und 9 KG 2 KG 4 Und auf die 5 Ja, mutig, mutig 3, 4, 5 3 gegen 3 Äh, ja 5 5 Nee Entschuldige, 3 3 Das ist für mich jetzt immer gewogen Ähm 1 1 Da geht einer Weil 1 ist automatisch Verdammt Gut 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 Dann habe ich noch den Rippmeister Also mir war klar, dass die tot gehen Dann habe ich noch einen Rippmeister Der hat 2 Attacken Ein KG von 4 trifft er auf jeden Fall auf die 3 Einmal Und er hat eine Stärke von 4 Profil Lanze im Angriff Macht 6 Also auf die 2 Ist eine Ratte tot Ja Was? Das war der Paradewurf Parade? Handwaffes Schild Aber noch nicht auf die 3 Ne Auf die 6 Dann habe ich noch das Pferdchen Ninja Horse Trifte ich auf die 3 Weil es dann KG von 3 hat Also 1 besser Ja Schläge noch ein 3 Fiederstampo 3 Ja Das tritt nicht richtig, oder? Rüstung Nein Bäm Parade Bäm So Gut Dann klitzt sie ja Ich verliere den Nahkampf Um 2 3 2 Ränge Oder Ne um 2 Warte warte Stopp Ich habe dich nicht auch angegriffen Du hast angegriffen 2 rausgehauen Du hast 3 3 1 2 3 Und 1 verloren Bei mir also um 1 Genau Schade Ähm Acht Ja Bleib stehen 5 Muss ich nicht verfolgen Ich glaube Das war zu front dahin Ähm Kriegsher Ähm Der dürfte schneller sein Als ich Wo habe ich denn meine Liste hingetan, was der hat Warte nicht Ich habe wieder Initiative 4 4 Hier Ahhhh Initiative 4 Und ich habe mit einem Keinen Hauptmann Nein Ein Feldherrn Eine Initiative von 5 Aha Da Es Pegasus Hat Wo auch immer es stehen tut Äh Initiative von 4 Gut Also Wir handeln erst deine Angriffe ab Und dann haue ich zurück Gut Und dann fällt der ja Er hat 3 Er hat 3 Er hat 3 Kommt mit KD von 5 Trifte ich also auf die 3 Das ist sehr gut gewürfelt Auch immer die 1 Stärke von 4 Land zum Angriff Stärke von 6 2 2 2 ist eine tote Latte Ja 2 Stück Habe ich hier gerade auch den Fehler gemacht Ich habe die Rüstung unter Ach ne gar nicht Das war gegen das Pferd Die Rüstung Ja ja Das war auch am Pferd Genau Ähm Der Greif Nein Greif Pegasus Das Pegasus Das Pegasus Hat 2 Attacken Mit einer KD von 3 Auch die 4 4 Eine Stärke von 4 glaube ich Warte ich gucke Stärke von 4 Auf die 3 Rüstung Minus 1 6 plus Rüster Nein Nö Und wenn du mich jetzt nicht tötest Habe ich noch Niedertrappel Weil es eine monströse Bestie ist 4 Moment Sind 4 im Kontakt 2 diagonal 2 direkt davor Äh genau Das ist eine 40er Base Du hast 20er Base Das sind dann 4 Stück Du hast da Sperre Ja Das sind dann 12 13 Das kann ich nur gewinnen Die Zahl der gehörten Ratte Gegen den Reiter ist das KG von 5 Also auf die 5 und 3 Nein Nein Die haben KG von 3 Ja und ich habe KG von 5 Achso Das ist schon 2 besser Ja ich bin noch bei Nein Nein Das ist gleich 4 Besser das ist das immer schlechter oder wie war das das war doch noch bei den beiden bei den stärke dingen ich gucke einfach mal nach treffer drei gegen fünf auf die vier plus acht nicht stimmt wenn es doppelt so stimmt das war es du hast recht 1 2 3 4 5 6 jetzt hätte ich gerne giftattacken für die jungs da waren vier sechsen dabei wieder stand er aber vier stand auf die größten zwei zwei stehen eine 5 16 okay mit der normalen stärke habe ich noch die normale rüstung und schmiedertrampeit ein automatischer treffer der stärke des modells also stärke 4 von pegasus gerüstet okay ich habe dich angegriffen ich habe drei modelle genommen du hast 1 2 3 renge ich gewinne um 1 nein ich habe dir auch ein lebenspunkt verursacht und ich habe meine ich habe trotzdem gewonnen das stimmt so war das hier verdammt ja ich gehe mal weg ich würde gerne verfolgen stopp halt zwei sechsen zwei sechsen ja aber haltet die linie ich kann ja morale test beim aufreiben mit rein ich würde trotzdem verfolgen wollen ja vier zoll vier fucking zoll das kann so scheiße enden ja damit ist mein general der wurst und die komplette flanke ist offen das heißt ich komme jetzt nächste runde von der kante wieder rein gehst du komplett raus nicht komplett also er kommst du mit der kante aus ja dann kommst du hier wieder so rein ja man merkt man merkt wir spielen nicht das sehr seichte spiel im bereich warheimer sondern doch schon ein anderes weiteres okay demigreifend hilft ja nix der robert halt ist halt robert ist halt schwach so kommen die jungs wieder hier rein und der silent freut sich ja ich bin zu sehr starke helden von fortiger gewöhnt merkt er mhm demigreifend weiter ich habe ein indy von drei der demigreifend von vier du machst erst mal angst jetzt jawoll wenn irgendwas passiert jawoll der gibt weiter sieben acht neun ich habe zwei volle ränge hinter dem ersten sieben okay aber das ändert wahrscheinlich nichts äh was für ein indy haben deine jungs vier was machst du mal zuerst so da bist du in die Speere bist du ein Autarka 16 16 5 10 15 und der Chef wichtig demigreifend schlagen ist auch gleichzeitig zu ne ich glaube nicht dass ich da wirklich viel rausziehe die KG2 KG4 auf die 5 also jetzt bei den doppelten Hämmern so gut wie ich gerade Einsen schmeiße und bis man so niedrige Zahlen vergiss nicht das wird sich bei mir abzug 3 ändern das ist immer so bei den Skaren Widerstand geht gegen den Reiter oder bei dem bei geteilten Profil immer gegen den höchsten den höchsten den höchsten dann ist das die 4 dann ist das die 4 auf die von 0 2 siehste jetzt habe ich wieder eins rüstert pass auf pass auf pass auf nö ach gut dann die demigreifen beginnen die demigreifen haben jeweils drei Attacken das sind sechs stück ne warte neun mit der drei stück quatsch ähm KG4 ich kratiere auf die 3 da würde eine 1 von durch so Stärke von 1000 Stärke ist 5 Widerstand 3 auf die 2 und Rüstbrecher aber das ist ja egal das ist ja egal Stärke von Widerstand 1 bleiben 7 so die sind verraucht so 7 sind durch und die Reiter die haben jetzt noch 4 Attacken selbes Kampfgeschick wieder eine 1 der ist auch kaputt der Würfel Stärke Stärke von 4 Stärke von 6 also auch wieder 2 3 Stücke und dann sind das ja noch monströse Kavallerie hast du noch nieder getrampelt Trampeln die? ja Trampeln die wirklich? alles was monströs ist hat Niedertrampeln ein Treffer ne? ein Treffer pro Modell der steckt das Modell 5 auf die 2 ich glaub der ist jetzt einfach siehst du mal siehst du mal da klar 6 kann ich auch so jetzt hast du mir insgesamt 13 Modelle ausgeschaltet da bleiben noch 2 über oder wie viel standen 1 2 3 3 15 19 6 stehen noch 6 stück stehen da noch? ich würd behaupten ich darf auf die Snake Eyes testen äh ja nein ich darf wiederholen warum? achso auch nicht schon hart ja WAS? WAS? dein scheiß Ernst? alter ok gut die 6 Sklaven stehen da noch und damit haben sich die Demingreifen festgefressen und werden jetzt gleich flackiert von der Sturmratten ich hatte eigentlich anderes vor scheiße scheiße ja gut ähm so spielt sich das halt ne? ist der Würfel nicht für dich ist der gegen dich? äh so kann man sagen gut dann sind wir in der zweiten Runde der Skarven wenn der Scythe dann mal umgebaut hat ja ich schieb der Falle nur nach hinten dann muss ich da gleich nicht so groß aufwendig wieder zusammenstecken oder stellst du nur Würfel dahin und das sind dann die Scythe 6 unter so weit oh man wie stümperhaft wie stümperhaft hier auf der Seite naja gut dann ähm sag mal Angriffe naja gut wie kann ich nicht vergeben nein nein ah die Scythe der Würfel ist mit der Sturmratten des Feld ja hier komm mal her also 5 Grundbewegungen 10 für Marsch 10 für Marsch Mauer behindert dich nicht du weißt ich schon kriege ich senk auf 7 voll ok die kommen jetzt da wieder rein und stehen da genau die sind gebunden haben wir den Priestertyp und da die Herrschaften die bleiben einfach stehen in der Hoffnung dass da gleich die Demingreifen reinkraben jetzt muss ich nur was nachmessen ob ihr jetzt nicht Bock Mist gebaut habt wegen dem der Reichweiß von ihm ich kriege zwar dann nur einen 7er Moralwert aber bei Angst ist das auch gut du glaubst du wirklich dass da noch 6 Sklaven davon noch einer stehen bleibt und nach dem ersten nein die werden nicht stehen bleiben aber ich hoffe dass ich jetzt gleich die Runde die Demingreifen wegschredde ja sie ist strötschling ich hab's euch auch nie gesehen ja äh gibst du einen Lebenspunkt mit wie er dahinter der Mauer lag die bin ich schon wieder weggeräumt ja 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 hier Skabe Fude 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 die Geschissphase ist doch noch nicht die ist nämlich immer in deinem Zug ok das war noch eine Bewegung genau willst du nicht die Kriegsmaschinen ein bisschen nach vorne fahren also besser treffen die treffen so schon schlecht genug ok Laterna Magica ich guck mal ob das überhaupt Sinn macht wie viel sind wir denn hier? 22 mhm da gehst es wieso? Schablone die 3w6 vor oder? 4w6 4w6 das heißt die wird mhm 6 12 24 könntest du versuchen 5 3 nein auch nix ich meine 5 wenn man kannst du mich auch total zerstören scheiße ok kommt totale Energie totale Energie für die die den Wurf nicht gesehen haben totale Energie ja genau totale Energie wie ist das? kommt nicht dran 11 15 18 plus 2,5 sind wir bei 20,5 ab bedeutet nichts treffen? nein ja Bandart eh genau passiert nichts weil nicht weiter noch rankommt Kontrollverlust 2w6 waren es ne? 2w6 waren es und ich werde dann himmelschrimmens auch von der Liste vorlesen mein äh Magier wird sich jetzt glaube ich in den Warp verschnucken lassen magische Rückkopplung jeder Zauberer und jedes Modell der gleichen Seite das Energie- oder Bannwürfelvorräte generieren und kanalisieren kann er leitet ein Treffer der Stärke 6 und der Würfelvorrat wird reduziert aber da die äh äh da da ja totale Energie war und du auch nix sonst machen kannst ja ich hätte noch eine dieser Reichweite ich mach mal Treffer der Stärke 6 auf ihn widerstand 5 also auf die 4 Einsen kann ich Einsen kann ich nur nicht wenn ich sie brauche gut das war gut für dich da ist nämlich nix passiert dann sind wir jetzt beim Schießen wenn du nichts anderes magisches hast jo ich beginne mit der Ratteling in die Demi greifen bei Sinsglaven Sinsglaven ja 7 ich schmeiß einen hinterher ach das war das genau 10 komm einer geht noch einer geht noch einer geht noch scheiße fehlfunktion eine 2 weißt du was aus dem Kopf ich meine es ist heftig verrissen ich schlag mal nach heftig verrissen ne 2 2 ja zerstört bumm yes ahaha ich meine du hast immer noch Sachen die ins Glamen reinschießen können aber also ich äh zitiere den Text das Waffenteam wird als feuchte dampfende Masse verteilt ja ja ich mach hier mal ein Gedenkdürfel hin ok damit habe ich schon mal Unit of Shame ja wir legen an pfff so ja ähm ich sag an weiterer Beschuss wir brauchen noch Kriegsmaschinen ich mach ich sag es ja nur für den Zuschauer dass er das auch weiß also was ist das? Warblitze? Warblitze ok jawohl ach ne ich brauch nur den ach ne ich brauch nur den erst mal Sprung wir sind hier bei 30 hier hin auch die 34 das ist schon fast ein Zoll soweit ich wollte ja genau da und dann macht es eine 4 Funktion spring nochmal 4 das war auch die Stärke ne? dann haben wir hier in die Flanke das sind dann 2 und hinten einmal anlegen das sind dann warte mal 6 8 9 10 Stärke 4 müsste auch die 3 sein 5 5 so Stärke 4 3 3 und es geht los jetzt kommt das Garen Glück ja aber das sind 4 Stück weil es ist ja nur leichte Rüstung ja selbst wenn Rüstung ach ja stimmt das ist die Wobblitze genau du hast recht 4 Stück das ist äh 4 das ist noch nicht ein Viertel der Bund Speerspitze jawohl du wolltest du blauen Katapulte richtig reicht ab 4 Zoll die Richtung das sind hier auf der Seite 9 10 und 4 von den Musketen ich mach mal ein Lookout für den Christpriester 10 10 10 10 Mal in die Jungs auf die Fünfen da hat es auch keine Rüstung oder sowas richtig sobald ein Modell geht ans F 5 Stück 5 Stück 5 Stück 2 4 5 dann mach doch bitte mal die beiden aus den Musketen auch nochmal chatting Ah ja gut aber glaube ich dass ja ja ich teste warte dadurch dass der Effekt die getroffen hat muss das nicht gleich mittesten? mhm, 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 mhm okay wenn die jetzt abhauen dann ist doch was anderes ah okay weil das ist ja dann dieses äh 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 warte mal Panik wenn innerhalb von 6 Zoll, ne aufgerieben ist im Wahlkampf, ne? Ja. Wenn die befreundet durch, ne aber gar nicht. Nö. Gut. 8. 6. Passt. Ich hätte auch noch einen Reroll geblieben am Hersteller. Ach ja, Meister. Ich lass die mal hier stehen. 2, 4. Ich brauch's damit nicht zählen. 6. 7. Was machst du denn? Ich geh jetzt in die Nachkampfphase. Es hat alles geschossen. Ja, dann machst du erstmal einen Angsttest bei dir. Weil sind ja die wieder. Und ja. Und ja. Angst, ne? Angst. Dann kriegst du mit einem KG von 1, dann triffst du mit dem Jörg 5. Triffst du mich sowieso nur. Ja. Aber du hast Angst. Das ist genug Tugend für mich. Immer noch 4 mal. Leck mich an der Tasche. Ja. Wir haben eine Stärke von 2 oder was? 3. 3 sogar. Hier schon 4. 1. Komm. Der lag schon auf einer 1. Das kann schon nicht gut sein. 1 plus Rüstung. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. Entschuldige. Noch mal einer. Dann bleibt einer stehen, oder? Erst waren es 4. Dann sind es einer. Du hast 6 stehen. 6. 6 hatte ich. Minus 5. Ein Einzelner. Ein Einzelner. Der Pfotenführer steht vorne. Und er geht stiften. Dann verpufft er nur, oder? Ja. Was macht er dann? Ich glaube W3 plus pro volles Glied ein Treffer. Okay, W3. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Waffentiefe Urlaub. Ich nehme ihn mal kurz vor. Du darfst schon mal wegstellen. Wie sieht er aus? Und das ist jetzt der Punkt, wo sich das Spiel wieder gegen dich wendet. Na! Na! Du hast noch deine blöden Kriegsmaschinen. Und ich habe nichts in der Nähe, wo es das kaputt machen kann. Sofort W3 Treffer der Stärke 3. Okay. Du hast eine 5. Alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll. Ach. W6 Zoll. Ah. Also okay. Eine 4. Die standen hier. Ähm. Die standen da. Dann gucken wir mal nach hinten. Das sind die nicht. Gut. Das heißt, die vorne kriegen jetzt 3 Treffer der Stärke 3. Das ist auch die 5. Nix. Nix. Gut. Dann kann ich die jetzt ausrichten. Ähm. Die hatten nur Handwaffen. Die haben Handwaffe Schild. Aber Häuptlinge, oder mit Arbeestandard. Und ein Häuptling mit Arbeestandard. Das ist natürlich die Frage. Ich kann sie ja ausrichten, nachdem ich dich aufgerieben habe und nichts überwenden kann, weil es ist ja weg. Ja. Ähm. Dann richte ich mich auf die aus. Oder versuche ich den Sturmraten in die Flanke zu springen. Die Sturmraten können mit ihm und maximal 2 Mann kämpfen erstmal. Das heißt, ich bin auch in deiner Flanke. Bedränge dich zwar nicht, weil ich keinen Bedrang in deiner Flanke habe. Mach aber ordentlich Schaden. Warte mal. Die hätten noch wieder Trampeln gehabt. Da waren noch wieder Trampeln. Gut. Na ja, wie ist er? Dann wäre nämlich auch der letzte Tod. Dann hättest du auch gar nicht testen müssen. Ja gut. Ich meine, ändert jetzt nichts. Nur für die Vollständigkeit. Ähm. Wenn ich da jetzt reinspringe, ist mein kompletter Beschuss auf der Seite hier irrelevant. Weil die kommen auch nicht bis zu den Kriegsmaschinen da hinten. Ich könnte auch versuchen, die so auszurichten und hier durchzugehen. Richtung Katapult. Dann brauche ich aber mindestens eine Phase Bewegung und kann dann erst wieder was angreifen. Richtig. Heißt, du kannst dann nochmal mit der Warplitz auf die schießen. Heißt, die sind weg, weil die Rüstung ignoriert wird. Wenn ich gut würfel. Du hast schon gut gewürfelt. Wenn ich in diesem Zug, so wie meine Theorie ist, ab Runde 3 Gibbs-Bitmenberg abgehe, dann schießt die Warplitz-Panone, macht eine Fehlfunktion und brezelt hier durch. Die kann da auch schießen gleich. Die kann da reinschießen. Mhm. Der wird sterben. Ja, aber die Beschussphase ist vor der Nackenfase. Ich überlege gerade Optionen. Wenn ich jetzt mit denen nämlich mich drehe. Also wir sind ja noch am Ende der Nackenfase. Moment, wir haben den gemacht. Ja, der muss noch. Genau, wir sind am Ende dieser Nackenfase von denen. Ja. Und ich überlege, wie ich die drehe. So. Der wird sterben. Das heißt, ich kann die so drehen, hier in die Flanke. Dann kann ich den Beschuss von denen dahin, von dem dahin, weil der wird weg sein. Und die Stützen können hier nochmal rein. Dann kann ich die auffressen und den Beschuss immer noch gut verteilen. Dann geht es nämlich jetzt. Weil ich muss versuchen, das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Wir sind erst in Runde 2. Also Ende Runde 2. Aber dennoch sieht es schon mal ziemlich bedrohlich für mich aus. Und die Laune versuche ich auch. Ich riskiere zwar hier ein gefährliches Gelände, weil ich da rein springe. Das ist eine Marschbewegung im Prinzip. Aber es muss, es muss meines, die nächste Runde, die dritte. Aber so kann ich auch den Angriff dann machen. Muss. Oder, warte, kann man nicht gehen? Wenn ich jetzt so komme, dann klappe ich ja. Dann bin ich sogar im Rücken. Du bist im Rücken. Dann bist du automatisch drauf gesenkt, oder? Ja, eine Seite bräuchte ein Lied und ein Rücken nicht, ne? Ja. Oder wie war das? Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Gut. Oder nee. Stopp, stopp, stopp. Wir haben nichts gemacht. Wir haben noch nichts gemacht. Ich drehe sie so. Ich möchte in eine Flanke. Und so komme ich in die Flanke. Gut. Machen wir hier weiter. Genau. Ich habe irgendwie von drei. Drei aus dem ersten ran. Drei aus dem zweiten. Alles drei. Plus Chef. Auf die vier. Oder? Was für KG? Zwei. KG vier. Dann auf die drei. Ähm, fünf. Komm schon. Stirb. Stirb. Alter. Stirb. Zwei mal. Dann musst du nur noch sterben. Dann ist alles frei. Komm zu Papa. Ja. Nein. Ich habe mich noch nie, äh, ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand so über eine tote Einheit gefreut hat. Ja. Ihr kennt es nicht, da steht jetzt einer und der blockiert deine komplette Taktik. Super. Wuhu. Bamski. So. Kleine Zigarettenkurs muss ich sagen. Machen wir. Für euch fällt das natürlich nicht auf, weil wir starten dann direkt mit Nummer. Nun geht es weiter mit meiner grandiosen Taktik des äh, totalen Verlustes. Ich mach mal hier Vorabwäschen der Strafrichter. Das sind acht Zoll. Das sind neun Zoll. Das klingt nach einem Angriff. Ich glaube. So, pass auf. Ich weiß aber hier, wie sie mutig sein soll. Wenn die da reingehen und drin sind, dann sind die im Nahkampf gebunden. Wenn die auch noch reinkommen, ich muss jetzt ja spoilern, das ist so, Schreckensmaske das IX macht entsetzen. Wenn ich angreife, dann musst du testen, ob du nicht abhaust. Richtig. Haust du ab oder bist du wegen dem gebunden? Ich glaube, da ist die Reihenfolge interessant. Ja, weil eigentlich hängst du ja dann drin und dann... Wenn ich gebunden... Also wenn... Sitzst du ja darauf konzentriert und dann müsstest du denen das ja egal sein. Wenn du zuerst hier rein chargst, dann bin ich gebunden. Wenn der Angriff zuerst kommt, kann ich noch wegbrennen. So würde ich jetzt nicht... Das habe ich dir aber unsinnigerweise falsch gestellt. Das macht ja keinen Sinn da. Komm, wir lassen das ganz einfach. Um eine klare Regelklamotte zu machen, greife ich dich nur mit dem Demi-Greifen an. Was ist deine Aktion? Willst du stiften oder bleibst du stehen? Wenn ich stiften gehe, haue ich in die Richtung ab. Genau. Und dann bin ich in der Reichweite, während ich bin... Also die können dich halt nicht an der Reichweite wecken, oder? Ja. Ich gehe stiften. Okay. Das heißt, als allererstes wird der Block dann so gedreht. Genau. So ausgedreht. Scheiße! Was ist die Grundbewegung der Demi-Greifen? Oh, wie niedrig. Warte mal, acht glaube ich. Dann ist der Block weg. Äh, Bewegung, Bewegung, acht. Dann ist mein Block gefressen. Ich habe hier eine sechs liegen. Du kommst elf hinterher. Ja, aber ich muss ja... Stimmt, ich muss ja rankommen. Ich muss ja die machen. Ähm... So, ich komme bis hier. Du kommst wie weit weg? Fünf. Sechs. Achtung wegen hier, ne? Fersenkalt. Ja, dann bist du auf der Flucht und ich stehe da. Aber dann komme ich auch nicht dran, dann ist es ein verpatzter Angriff. Dann komme ich zwei nach vorne, das war's. So. Fuck! Warum? Diese Würfel sind kaputt. Die wären es gewesen. Genau die wären es gewesen. Ach, Mann ey. Okay. Ja, gut. Äh, das waren die anderen. Was ist denn so ein... Was ist denn heute los? Ähm, dann sind wir bei normaler Bewegung. Die lassen wir im Feld stehen. Die machen eine Neuformierung, eine Wasche. A9. Wiederholen. Weil Armestandarte. A9. Jo. Das war jetzt. Können sich jetzt noch... Zu. olas. Tv. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich mache es. Geht auf Nummer sicher. Ich weiß es auch noch nicht. So, fuck. Magie-Faser. Das ist der Magiker. Das ist gut. Das sind elf für mich und sechs für dich. Ja, bleiben sechs. Ich mache mal das Gebet hier. Wie heißt denn das? Da gibt es auch so ein lustiges. Wo ist er? Seerenfeuer. Ach, ein Base-Kontakt. Verdammt. Zum nächsten Befreundet Magie. Der bringt mir nichts. Braucht nicht machen. Ich dachte, das Seerenfeuer wäre innerhalb von so und so viel Zoll. Aber es ist tatsächlich nur Base-Kontakt, wo du dann schauen kommst. Das bringt überhaupt nichts. Da habe ich mich wieder falsch manövriert. Diejenigen, die Zuschauer schauen, werden die Daumen runterdrücken en masse, weil ich einfach nur dumm bin. Höhenfeuer salben kann. Höhenfeuer salben kann man. Schließt. In die Sturmraten. Dachte ich nicht. Dachte ich nicht. Wegen Rule of Cool richte ich sie mal aus. Das ist nämlich auch nur die normale Reichweite. Dann schließt sie sich unmodifiziert. Und zwar. Acht Schuss. Sechzehn Schuss. Und sechs. 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 Sechs Schuss. Nicht schlecht. Oder war das so? Oder habe ich jetzt was Falsches im Kopf? Ich habe eben noch nachgeguckt. Wer von? Von drei. Wer von drei. Also auch die vier. Die ersten. Elf weniger vier sind sieben. Sieben Treffer. Ich lege hier schon mal eine sieben hin. Und die zweite Runde. Neun. Neun. Sechze Treffer. Das waren elf. Dann heißt noch fünf dazu. Dann haben wir 16. Stärke fünf. Widerstand drei. Auf die Zweien. Ha! Der zählt eigentlich nicht. Den muss ich noch mal befeuert. Da ist noch ein Hals raus. Vier raus. Zwölf sind weg. Zwölf Tote. Das sind vier. Sieben. Zwölf. Zwölf. Nee, ich gucke erst. Ich gucke erst, ob ihr überhaupt zu treffen könnt. Ich weiß nicht, dass sie mal. Ich brauche mal ein Blatt. Brauche ich denn so was? Komm, nehme ich mal in meine Army-Liste. Ich mache mal einen Winkel. Ganz old school. Okay, das ist klarer, ne? Den treffen. Wir können ihn gerade eben so sehen. Auf die vier, auf die fünf, wegen langer Reichweite. Zweimal. Werke vier, der hat schon fünf. Auf die fünf. Einmal. Seed of. Wieder Geburts. Genau. Yes. Wenigstens ein bisschen was. Damit sind 135 Punkte Putsch. Die Bogenschützen schießen in die, weil wir sehen, da nix wirklich. Fünf. Zehn. Zweifel. Äh, treffen wir auf die vier, dann reicht das fünf. Fünf, die, fünf, die. Ich denke, weil wir da schon drei. Zwei Stück. Zweimal fünf bloß. Schild, leichte Rüstung. Zwei raus. Das ist gut. Wenn dann einer flieht, waren zusätzliche Verluste ja egal, soweit ich weiß. Richtig. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, oh Gott, da ist eine Riesenkanone, jetzt da drehen wir wieder um. Ja. Okay. Das war dann wohl meine Runde. Zum Nahkampf kam es ja leider nicht. Richtig. Was machst du? Sammeltest. Ach, du fängst schon wieder direkt an. Okay, sammeln. Sammeln. Ähm, sieben. Sieben. Okay. Das heißt, ich darf jetzt einmal ausrichten, ne? Richtig. Ich sag mal Angriff an. Okay. Sieben, zwölf. Das müsste passen. Ja. Weglaufen wäre dem nicht gewesen. War mein Glück, wenn die nämlich dann im Feld verlichtet und dann nachher in die Seite durchgelaufen. Warte. Ich guck mal, was passiert wäre. Sieben. Hätten im Feld gestanden alle drei. Okay. Na gut. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Wissen wir ja. Kennen wir das Sprüchwörtchen? So hast du zwei im Rücken plus ein Armin-Standard plus ein Banner. Vier Kampfergebnis. Du hast sechs. Sieben. So lange ich dir noch nichts raushaue. Richtig. Na gut, was kann mir passieren, außer ich gewinne wegen dem 1,5 Punkte weniger. Reine, ich bin so lange noch auf, bis wir fertig sind. Okay. Dann sind wir jetzt beim weiteren Bewegen, richtig? Richtig. Die können sich bewegen. Ja, die können sich bewegen. Oh, die Kriegsverschieger auch, die müssen rumfahren. Ne, ne, die fahren aber nicht. Aber um, nämlich. Nehmen wir weiter rein. Ich sag mal, mit Schwenk müsste ich bis hierhin kommen. Dann sag das mal. Das sind sechs Zoll. Okay. Zack. Erst habe ich schlecht gewürfelt und dann kam auch noch Pech dazu, ne? Was ist mit der Zulabe? Die Maschinen auch nach vorne. Ja, ganz tiefsgahrend. Das wäre der erste Schwenk vom Winkel her. Dann können die einfach bis hierhin vor. Aber sind sie marschiert? Dürfen, glaube ich, nicht mehr schießen? Äh, ne. Hast du noch mal das ruhig genannt? Oder am Schleudern schnell schussbereit? Das wäre bei Stehen und Schießen. Dass du keinen Atzt bekommst. So, Magiephase. Endfeld. Yay! Nagelten? Ne, schießen, stimmt. Du hast da hinten ja auch die beiden Kanonen. Vergesse ich immer. Ich weiß gar nicht, wo. Der Katzerpult. Jawoll. Da? Mach's dann mal. Ach, da bitte. 8 Zoll. Fehlfunktion. 2. Das kann schon kaputt gehen. Bums! Aha! Das kann nämlich nichts passieren. Das war jetzt nur 10. Fehlfunktion! Heißt, das ist auch kaputt, ne? Alter Verwalter! Sag doch, sobald Runde 3 bei mir losgeht, geht alles schief. Ach, mein Herz, ey, was ein Glück für mich! Krasse Sache. Okay, Nachkämpfer. Wir haben hier die Hoshis, die den Demigreifern in den Rücken sind. Und die machen ja trotzdem Angst, ne? Weil sie sind ja Demigreifern. Ja, sie sind Demigreifern. Ich schmeiß sofort 2W6 und dann wiederhole ich sie nochmal. Ich habe den Abstandard. Ja, wo du. Die dürfen aber Standart sein. Das hat die Häuflinchen. Ach nee, den haben wir auch Macht durch Masse, genau. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Ich habe eine Indie von 4 mit in den Demigreifern und Reiter 3. Du hast wahrscheinlich alle 4 von 6.8. So schlimm nicht, aber ich habe einen Häuflin drin, der dürfte mit Initiative 5 zuerst zuwenden. Jawohl. Kanone weggestellt. Der Dachpult auch. Sag mal, die Reibtiere, ne? Ja. Ich meine, die durften nur frontal. Mach du mal deine Attacke. Ich guck mal. Ich guck erst mal, wer du attackierst. So, ein Häuflinchen hat 3 Attacken mit Kampfgeschick 15. Ähm. Was hast du gerade gesagt? Ich sage, ein Häuflin hat 3 Attacken mit Kampfgeschick 15. Nein, er hat nur Kampfgeschick 5. Äh, 4. Also, das war nicht. 3 Treffer. Wenn ich mich nicht irre, dann auf die 5. Stärke 4, Widerstand. Bitte? Widerstand, Demigreif 5. 4. 4, dann auf die 4. 4? 4. 4. 2 Stück. Er grüßt 4. Grüßt du minus 1. 4 und 5, alles gut. Gut. Jetzt mach ich mal kurz auf Pause und guck das nochmal nach mit der Kavallerie. So, gerade nachgeguckt. Es scheint so zu sein, dass es nur so ist, wenn Kavallerie Unterstützungsattacken macht. Nur die Reiter hast du zwei entdeckt dürfen. Hier steht jetzt nichts im Regelbuch, dass sie sich nicht eben umdrehen dürfen und auch die Reitiere nach hinten austraten dürfen. Das heißt, es passiert dann gleich, aber du hast glaube ich mit den Arten auch immer noch vier, ne? Richtig, die Initiative. Dann passiert das jetzt gleichzeitig mit dem Demigreifen. Hier liegt noch ein Mürfe. Das war eben wegen der Wobletze, ne? Genau. Sieben sind breit, der hat schon gekämpft. Das heißt, 6, 14. Weil das war bestimmt Champion drin, ne? Ja, 6, 7, 14. 6, 14. Kampfgeschick, 3? Ach, ja. Kampfgeschick, 4? Nee, auf die 4. Doch, doch, das andere war nicht Sklaven. 6, 10, 14. Auf die 4. Hatte ich schon wieder 1 getestet? Ja, hattest du und hattest sofort ein 7 gewürfelt. Stimmt. Passt du dann. Jawohl. Passt du sogar ohne Gliederbonus. Ui, die sind mutig, die Viecher. Also nicht mutig, sondern auch kampfkräftig, meine ich. Stärke von 3 gegen Widerstand von 4. Auf die 5. Dann mach mal. So, 6 mal 5 plus. 3 mal 3. 3 mal 1 plus Hose. Da haben wir eins. Einen Lebenspunkt weg. Nur ein Demi-Greifer hat 3. Drei Stück. Oder, warte? Ja, genau. Drei Stück. Den nehm ich mal hier so. Merk dir mal einen, dass du einen Lebenspunkt gemacht hast. Dann verhauen dich jetzt die Demi-Greifen voll aufs Fressbrett. Und zwar in die 1,5-3, ist klar, ne? Freutigst so. Auf die 3 treffen. So viel zum Aufs Fressbrett. Auf die 2 ist eine tote Maus. Stärke von 5. Ja. 4 Stück. Ich mach das hier mal wieder mit den Würfel. Hier raus. Bzw. warte mal. Hast du noch nie... Ne, ab welcher Stärke hat man keine Parade mehr. 5 oder 6. Was war das? Ich glaub, Parade geht immer. Aber geht immer. Mach mal weiter. Ja, ich mach mal weiter. Die Reiter, 4 Stück an der Zeit. Also, der hat 4 Taten an der Zeit verhalten. Er setzt sich auf die 3 auf. Alle 3 mit einer Stärke von jetzt nur noch 4. Auf die 3. Das wären nochmal 2 Stück. Allerdings nur Stärke 4. Du hast noch eine leichte Rüstungsschild, wahrscheinlich. Dann hast du noch 2, 6 Arten. Rüstungssiffe. War da nicht irgendwas? Oder hast du nur gegen Infanterie und Kavalerie und nichts gegen Monströses? Oder wie war das? Ja, da haben wir gerade das Regeln umgeguckt. Keine Auffalltreffer. Kann jeder Trampel parieren. Also erstmal 6 Mal Parade. Für die gegen die Demi-Seite. Dann ist es erlebt. Nur noch 5 Tote an der Stelle. Dann haben wir 2 Mal Rüstung durch die Reiter. Von 6 Plus. Dann Stärke von 4. Ja. Was ist da denn los? Und dann haben wir aber noch wieder Trampeln. Das darf nicht pariert werden. Das darf nicht pariert werden. Stärke von, was hat das hier gesagt? 5 kommt die. Ja, genau. Stärke 5 kommt die Demi-Golfen. Die Trampeln halt noch ein bisschen ruf. Da sind nochmal 2 Tote. So. Das heißt, ich habe dir wie viel genommen? 5. 5. Also du hast einen Banner. Du hast eine Armee-Standarte. Du hast noch 2 volle Länge. Du hast mich hier im Rücken angegriffen. Das heißt, ich verliere um 1. Und ein Lebenspunkt raus. Um 2. Genau. Komm schon, halt entstand. Nein. Ich nehme die Verfolgung auf. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Gut. Die haben sich gesammelt, ne? Die Sturmratten haben sich gesammelt. Das heißt, die fliegen jetzt da durch. Ja. Das ist dann, äh... Das ist, also das ist ein gefährliches Gelände. Das wird als gefährliches Gelände, ne? Ich mache mal erstmal das Feld. Also ich komme 12 Zoll weg. Erstmal das Feld. Da passt, da stirbt erstmal einer. Flopp. Und dann kannst du mal bitte dafür gucken, wenn das alles funktioniert, kommen die hier raus. So, und da habe ich jetzt was genau zu tun? Äh, die zwei, die durchkommen, machen ein gefährliches Gelände. Also da machst du bitte mal zwei D6 und in der 1 einen Toter. Nix. Alter Gefahrter. Was ist denn hier nicht richtig? Na gut, na gut. Dann ist das so. Ich muss mal was Witzel machen, ne? Ich nehme hier mal den Platzhalter raus, einfach für bessere Optik. Das war... Deine dritte, ne? Oder ist das falsch? Das war Runde Nummer 3. Stimmt, du hast mich hier in den Rücken angegriffen. Ja, ich habe auch mit den Walkblicks versucht zu schießen. Genau, genau. Das heißt, wir sind jetzt in Runde Nummer 4. Das Imperium darf wieder. Du darfst sammeln. Yay! Und zwar auf die 9, ne gar nicht, wer ist denn weg, auf die 8. Jawohl, tun Sie. Tun Sie. Und Sie stellen sich. In meine Flagge. Dem Feind gegenüber. Ich weiß aber noch nicht, wie. Ich glaube, so. Dann sehen die beide im Zweifel. Ja. Falls da irgendwas passiert. Was ich nicht empfehle. Also wo ich nicht genau weiß, was ich dann vielleicht machen wollte. Dann. Wäre das wahrscheinlich Suizid, wenn ich da jetzt rein springe? Da sind nur noch fünf Sturmraten. Ach stimmt. Das stimmt. Stimmt. Und der Kriegsler, ne? Ah, das. Ne, lass ruhig, lass ruhig, lass ruhig. Stimmt. Ah, hier oben. Haha, Quatsch. Quatsch. Ich formiere mich hier einfach nur. Warte. So formiere ich mich hier. Also keine Angriffe. Das ist jetzt schon in der Bewegungsphase. Also, formieren zählt als ausrichten. Also kann ich mich auch genauso gut bewegen. Das ist, wenn ich mich nach da vorne bewege, alles noch innerhalb der Reichweite, die ich laufen kann. Das heißt, ich stelle mich mal hier so, kraxel ein bisschen durchs Feld. Hier wird sich nichts geschenkt. Und die waren ja tot. Die wollen sich nicht bewegen, die dürfen nicht. Und die Kriegsmaschine macht nicht, weil sie nur nicht schießen kann. Wäre ja los. Gut. So. Dann. Laterna Magica. Für den Fall der Film. 6. Ja. Ich kann nur 6 pro Zauber. Ich mache das Gebet, dass sie den 6 plus Rettungswurf. Nein, ich habe Stärke. Der zog nur gegen eine bestimmte Stärke, meine ich. Ich überlege auch gerade noch. Oder? Das sind nur. Wenn die rankommen, habe ich auf jeden Fall mehr Modelle. Das heißt, es macht eigentlich mehr Sinn. Ich mache bei Hass die Treffer neu. Dann mache ich das auf Verwundungswürfel nochmal neu. So. Kommt mit einer 10, 15, 20. Ich schmeiße einfach alles dagegen. Aber nicht gewandt. Nicht gewandt. So, ich lese mir das mal hier hinterher, damit ich das merke. Falls ich jetzt noch nicht irgendwas Böses mit dir mache. Denn das erste Böse ist volle Salve von den Jungs da rein. 10 Schuss Musketen in die Sturmrand. Die sehen ja hier noch vorbei. Ja. Was ist denn das? Warte mal. Das ist dann auch die 4. Nein. Öh. Du stehst noch im Feld. Du kriegst Eckungen auf die 5. 6, 6, 6, 5. Das sind 3 Schuss. Dann haben wir Stärke 4, wieder stand 3. Richtig. Die 3. Das sind 2 mal Stärke 4 und rüstungsbrechend sind 2 Tote. Wir haben ja keine Stille, hast du gesagt. Genau. Das heißt, es stehen noch 3 Tote und der Holmkring. Das heißt, das ist bei E-Rex-Modellen sind 2 Tote auf jeden Fall ausreichend für den Test. Gehe ich das Risiko ein? Gehe ich es nicht ein? Ich weiß es nicht. Ich habe es vielleicht mal ein bisschen Loch in das Feld gestellt. Die Bogenschieze schießen da rein, in die Clanraten. Das sind auch 10 Schuss. Die haben eine relativische Richtigkeit von 4, treffen sich auf die 4, haben sich bewegt auf die 5. 4 Stück. Stärke 3, sind ja schon 3, 4. Einer, einmal rüsten. Irgendwie so normaler Fernkampf ist nicht weiß. Ja, rüstungsgritt. Steckt im Schild. Im Fild, im Fild. Die Hörnfeuer-Salvenkanone. Die Gnaden. Jetzt kurze Reichweite, also ummodifiziert gleich. Zwei Schuss. Vier Schuss. Machst du weiter. Zehn. Zehn an der Hand. Auf geht vier. Stärke 5. Zwei ist eine Tote Maus. Drei Stück. Das war ja jetzt nicht so toll. So, dann würde ich sagen, ist der Schuss durch. Äh, ja genau. Machst du mal Moral bitte bei denen? Sechs. Bleiben stehen. Jawohl. Dann sind wir in deiner vierten Runde. Richtig. Angriffe ansagen. Jo, mache ich. Ich spring mit denen da rein. Komm doch, komm doch. Abwehrfeuer, wegen der Abteilung. Ja, und die wollen da rein springen. Das machen sie gerne. Fünf, das sind zehn. Auf die vier normalerweise. Den Schiff schießen auf die fünf. Wie wir uns wissen, Stärke von vier. Drei. Das sind zwei Tote. Banner und Musikus. Fünf plus fünf, zehn. Achso, plus. Ja, stimmt. Wir sind ja gar nicht bei Forty Care, wo du nur würfst. Das ist auch alles verwirrend mit den ganzen Systemen. Ja. Come over here. Okay, die Sklaven, Sklaven, Sklaven. Ich spring jetzt in die Demi greifen. Die müssen dann ihren Mittelpunkt, auf den Mittelpunkt ausrichten. Dann sind mehr in der Front. So würde ich jetzt sagen, da ist der Mittelpunkt. Das ist ja siebenbreit. Dann ist mehr in der Front hier auf der... Ja, das ist dann Front. Guck mal, was kommt. Dann vier, dann drei. Das ist schön für mich. Weitere Belegung. Du hast da auch ein Regiment und da ein Regiment. Ich sag hier mal waschen Neufombierungen. Jawohl. Also ich an deiner Stelle würde das Regiment im Rahmen der waschen Neufombierungen auch noch aufteilen, dass es tiefer ist. Ich erinnere mich da so an meines Gaben Zeiten von vor... Jahren. Äh, fünf, sechs Jahren oder so. Da würde ich das, hätte ich das so gespielt, glaube ich. Ja gut, jetzt habe ich ausprobiert, dass ich die breiter, ein bisschen breiter spiele. Solange die noch vollzählig sind, alles gut. Aber du hast ja mittlerweile das Problem, dass es... Dann sollen weniger Mäuschen werden. Ja. Ja gut. Ja. Ähm, Bewegung hast du dann da? Ich wackele einfach... Ist es denn die Possibility? Du willst doch wohl nicht. Ja sicher. Du willst doch wohl nicht. Entweder bewegt sich deine Kriegsmaschine oder hier rein. Nein. So, Lateinia Magica haben wir nicht mehr. Haben wir nicht. Es sei denn, du hast noch magischen Gegenstand entzündet. Nein. Beschuss geht nicht, weil ihr versucht da anzugreifen. Dann sind wir jetzt in der Nachkampfphase. Ich habe hier die Schreckensmaske des IK. Heißt? Die Würfel gegen Angst. Genau. Mit einer 6 bleibe ich stand da. Mist. Gegen die Angst. Ich will behaupten, wollt mein Kriegsherr anfangen? Äh. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Mit einer Indie von 6 oder was? Indie 7. Indie 7. Warte mal, was habe ich denn da drin? Ich habe eine Indie von 4. Ich habe eine Indie von 5, eine Indie von 4 und eine Indie von 3. Gut. Das heißt 7, dann ist 5, dann habe ich wieder einen 4er. Kriegspriester zusammen, genau. Oder? Warte. Eine Sturmratte war etwas besseres. Indie 5 haben die. Das heißt... Warte mal, die stehen. Die stehen so, ne? Genau. So, ok. Das heißt, es darf mein Chef zuschlagen, dann schlägt meine Ratte mit deinem... Kriegspriester gleichzeitig, wenn er sagt, lass mich durch, was er sagt. Kriegspriester hatte 5? 4. 4. Dann bin ich schneller. Achso! Ah, ok. Dann Kriegsherr, dann mein Oberst und dein Champion. Gemeinsam. Dann der Rest. Jo. Gut. So, ich muss einmal nachgucken, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Was bist du dir nicht sicher? Ja. Gut. Mein Kriegsherr hat zusätzliche Handwaffe. Das heißt, er hat eine Attacke mehr. Ah. Ok. Dann sag mal. So, mein Kriegsherr hat 4 Attacke, mit der zusätzlichen Handwaffe hat er 5. Du willst wahrscheinlich das Regiment fressen, richtig? Genau. Ja. 5 Attacken. KG 6. Auf die 3 treffen. Besser geht nicht. Er ist ein, du hast irgendwas magisches. 3. Jawohl. Ein Kriegsherr hat eine Stärke von 4 Reihen. 2. Nur eine 6er Hose, die ist durch die Stärke 4 weg. Blö. Dann dein Horschi. Horschi kommt mit KD 4 auf die 3. Richtig. Einer mit Stärke 4. Auf die 3. Wieder eine Futsch. So, dann hau ich zurück. Auf die Fresse. Und zwar beginnt mein Oberist, der hatte 3 Attacke mit einem KG von 5. In deinem Typen da. Der hat ein KG von... Nee, hier der... Also er sagt, lass mich durch nach da. Er hat die Banner tauschen. Und der sagt, lass mich durch nach da. Tauscht mit dem Musiker eigentlich. Ok. So. Das heißt, der Oberist kann in deinem Champion reinhauen. Ja. 4. 3. Palim Palim. Da haben wir was. 6. Äh, 4. 6. Bei 3 Würfe. Ich hab Matta aufgepasst. Ja Mann. Dann nochmal sag jetzt ich ihr bescheiße. Stärke 4 wäre Stand 3 auf die 3. Wiederholbar wegen dem Gebet. Wiederholbar. 2 Stück. Stärke 4. Ja. 6er Buchse. Nein. Dann hab ich den Kriegspriester. Der hat, ich weiß nur 2 Attacken, hat aber eine zusätzliche Handwaffe. Das hat aber auch 3 Attacken. Kämpft das KG von 4 gegen ihn. Also auch die 4. KG von 4. Wiederholbar wegen Hass. Den er ja selbst gibt. Und damit eine Stärke von 4 auf einen Widerstand von... Ich glaube 4. 4. Auf die 4 wiederholbar wegen dem Gebet. Ja. Guck mal. 6er Buchse. Safe. Dann bleiben. 1. Also er steht da. 1, 2, 3, 4. Ach so 6er haste. Dann bleibt auch 4 Attacken. Nein. Ich lass den Champion da rüber. Kann er ja oder? Champion kann auch tauschen ne? Ich meine ja. Wir gehen mal davon aus. Dann hab ich 5 Attacken noch. vom Regiment. Du hast einen KG von 5. Oder? Also immer noch auf die 4. Ne 6 sogar. Dann ist es auf die 5. 5 wiederholbar. 2 habe ich schon mal. Dann bleiben 2. Stärke 3 Widerstand 4 auf die 5 wiederholbar. Nein. Komm schon. Nein. Das heißt. Du hast mich angegriffen. Du hast mir 3 rausgenommen. Richtig. Richtig. Ich habe dir einen rausgenommen. Ein Lebenspunkt. Ich habe hier einen Rang. Stimmt den Lebenspunkt von ihm? Armeestandarte, Banner und Banner. Ja genau. 6 oder ruhiger. Lauf. Lauf. Mit 4 ist er standhaft. Verdammt. Ok. Der Kampf ist aber noch nicht vorbei. Mein Freund. Der Kampf ist nicht vorbei. So. Und das war deine 4. Ne? Ähm. Ja. Dann kommt mein Egel 5. Im Egel Runde 5. Im Egel Runde 5. Im Egel Runde 5. Ich sage Egel Runde 5 an. Weil ich es kann. Ich möchte diese Schweißfliegen da loswerden. Die Demi greifen, greifen ihm die Sklaven an. Weil ich es möchte. Stehen und schießen. Und die kommen auch ran. 3. 6. 2. 12. 14 Schuss. Ok. Schnellfeuer. Kurze Reichweite. Auf die 5. Hm. Ich habe hier gewonnen gehabt, ne? Ja. Darf ich mich noch anders von hier nehmen? Ja. Ja. Gut. Dann mache ich die nämlich. Ist das hier 5 bereit? So. Steht ihr da vorne gleich noch? So. Du triffst auf die? KB von 2. Auf die? BF. Ähm. BF von 2. Auf die 5. Auf die 6. Ist Schnellschuss bereit? Dann auf die 5. Dann? Mehrfachschuss. Ist wieder bei 6. Bin ich wieder bei 6? Ja. Du schaffst es nicht. Du schaffst nichts. Nein, du schaffst es nicht. Nein, nein, du schaffst es nicht. Nein, nein, du schaffst es nicht. Okay. 2 Schmeißen. So weg. Ich sehe eine. 2. 2. 2. Ich merke es nicht. Und der 2. 4. 5 Stück. 5 mal Stärke 3 gegen Widerstand 4. Machtlaufadermrise. Rumpf. Nichts. Das ist gut für mich. Ein kleiner Steinhagel. Steinhagel ist übrigens auch ein System, was man sich mal angucken sollte. Du sagst mir nichts, glaube ich. Ja, ist so Richtung, was ist das? Das ist im Mittelalter so ein bisschen hervor. Ah, okay. Wo du fast mit allen Medikums gehen kannst. Ich möchte hier auf jeden Fall eine Marschbewegung machen. Deshalb mache ich hier meinen Moralbertest. Bei Gegnern in der Nähe. 8. Nein, ich könnte sie nicht. Die können sich nur noch mal bringen. Das ist ungünstig. Das ist ja ungünstig. Machen wir Bauer noch dran. 5. 4. Da kommt die unten hin ungefähr. Da kann ich, denke ich, erstmal mal ein Seil in die Schießen. So, bevor du mich dann angreifst. So. Die richte ich mal aus hier für hübsch. Männer! Halt euch die Ohren zu. Laterna Magica. Hier, wegen dem Priestertyp. 6 kann ich maximal schmeißen. Ich möchte noch mal weiter dieses Wiederholen haben. Mit einer 6, mit einer 10, 14, mit einer 17, mit einer 19. Kommt durch. Gut. 14 dagegen gewürfelt. Dann haben wir Scheißfarbe. Äh, Schiss, Schuss, Schuss. Die Schuss? Schussfarbe. Scheiße, was mach ich denn mit denen? Die stehen da einfach nur rum, ne? Ja. Die schießen in die Luft. Peng, peng. Hier. Bogenschützen da rein. Sie haben sich bewegt, also auf die 5. 4 mal. Stärke 3, Widerstand sogar auf die 4. 3 mal. 3 mal normale Rüstung. 3 mal. Was sind Klangraten? 5 mal. Verdammt. Das sind 10 Klarenraten. 11 Mal Salbenkanone. In die Klarenraten. 8 Schuss. 10 Schuss. 16 Schuss. 10 Würfel auf der Hand. Kommen noch 6 dazu. Ballistische werden ich einfach 3 treffen auf die 4, weil auch gut ein normaler Rüstung ist. Matschige. Autsch. Matschige ist, komm weg. So. Dann Stärke 5, heißt 2 ist eine matschige Maus. Okay. Und. Mazinga. 2, 4, 6, 7. 7 Matschmäuse. Das könnte Moralwelt auslösen. Ja, geht es. Aha. Das ist mein motiver Schussphase, das heißt du kannst auch direkt Matschmäuse wirfen. Ja, ich glaub die rennen, oder? Das hat nur noch eine Ratte für den Moralwärts. Das ist ein Clanrad, ich mein, die haben vier. Clanraten haben eine Moralwärts für fünf. Oh, dann bleiben die da stehen. Fünf plus sechs, sieben. Dann werden die stehen können. Wenn ich das richtig sehe, oder? Es sind noch zwei Ränge, oder? Ja. Dann bleiben die da stehen. Wie du so hinterher in der Kamera stehst. Wo? Ich dachte... Ich dachte, sei gar nicht an. Nö. Aber so ein Marke-schöner-Rücken kann auch entzücken und so, ne? Warum hab ich dich hier nicht gedreht? Ich trottel! Trottel ich? Mann! Na ja, ein Clanrad hat Moralwärts für fünf. Liste? Nach der Phase, ich möchte da mit den Ratten als erstes anfangen. Ob du jetzt Angst hast, oder nicht. Du triffst mich sowieso nur auf die fünf. Ich hab sogar Angst. Ich darf aber... Was hast du für eine I? Du dürf jetzt schneller sein. Ich habe vier und drei. Ja, ich hab vier. Dann mach du mal bitte deine. Das sind sieben bereit, 15 ertragen. Vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn. Treffern auf die fünf. Und verwundet auf die fünf. Er reagiert? Ja. Ja. Die sind ziemlich wütend. Und fuchteln mit ihrem Messer durch die Gegend. Einmal. Komm schon. Großer Held. Bing. Die Demi greifen. Leider ist es noch sechs Attacken. Weil es noch zwei sind. Treffen hier auf die drei. Das ist gar nicht mal so gut. Verbunden? Töten und Sklaven auf die zwei. Drei Stück. Die Reiter. Parry. Zwei. Die Reiter. Drei Attacken. Treffen zwei Stück. Stärke mit einer ganzen Anleitung von sechs. Zweimal. Und wieder Trampeln. Zwei Mal mit Stärke fünf. Würde nur noch mal zwei gehen. Sind wir bei fünf raus. Ich hab die Anleitung genommen. Das sind sechs. Du hast zwei. Verlierst um vier. Kannst du was sagen? Snack Ice. Nein. Nö. Die verpuffen, ne? Genau. Thomas, wie verpuffen wir das? W3 plus... W3 plus... Plus ein Rang. Plus ein pro Rang. Heißt eins, zwei, drei. Drei Mal Stärke. Ja. Eins, zwei, drei. Pro Rang. Oder pro hinter dem ersten, wie man das durchmacht. Nur pro Rang. Ne. Sind aber nur zwei Ränge. Weil der wird angefressen. Der wird auf vier geprügelt. Nicht mal auf fünf. Ah, okay. Gut. Dann sind es drei Attacken. Stärke, drei. Ja. Einer. Tadaa. Ja, stimmt. Ein Held. Das ist total erhält gewesen. So, dann ist da vorne nichts mehr. Das heißt, die können sich jetzt formieren. Und drängen sich hier so rum. Vielleicht passiert da ja noch was, was die noch mitmachen würde. Mal nehmen. So. So. Kommen wir da bei dem anderen Naka. Hau mit. So. Vier mal auf die drei. Vier mal auf die drei. Drei. Jeder auf die drei. Jawohl. Zwei. Zwei Schwere gehen nach Hause. Die wollen nicht mehr mitmachen. Die wollen nicht mehr mitmachen. Die haben keinen Bock. Hasse Bock. Nee. Ähm. Entschuldigung. Es überkam mich irgendwie so. Weiß auch nicht. So. Das heißt. Vorne habe ich stehen Kriegspriester. Oberst. Dann ein Champion mit den anderen. Oberst hat drei Attacken. Trifte ich auf die vier. Nee. Stopp. Den will ich nicht. Den lass mal liegen. Du wolltest einen KG von? Ich kann mir das nicht mehr machen. Fünf. Fünf. Ich auch. Dann auf die vier. Zweimal. Den wiederhole ich wegen Ass. Ich bin ja nicht im Nahkampf gebrochen worden. Dann verbunde ich dich mit einer Stärke von vier auf E4. Oder willst du Widerstand fünf mit dem? Widerstand vier. Das war ein normaler. Das waren nur die solchen Typen. Einmal rüsten. Nein. Hat er noch einen. Dreier Attacken. Aber Hass zielten in der ersten Runde. Na gut. Der war sowieso nicht. Zielten wir in der ersten? Ja. In der ersten Runde. Stimmt. Das war das. Du hast recht. Er hier mit den Dreier Attacken. Trifte ich auch auf die vier. Jawohl. Er wundelt dich mit einer Stärke von vier auch auf die vier. Einmal. Ich darf mal wiederholen wegen dem Gebet. Einmal. Berski. Um das mal mit den Worten vom Leistmaster zu sagen. Dann eine neue Formation. Wie formier ich mich denn mit Ihnen? Die Kriegsmaschine wird gleich wahrscheinlich gefressen werden. Von dir. Dann habe ich die Deliger entplant. Ja. Du kannst hier nicht weiter, weil da ist Mauer. Dann kommen die Deliger voll in deine Flanke. Das heißt, die gehen mal so. Gut. Jawollo. Dann willkommen ins Gabenrunde 5. Ja. Nicht Sturmratten. Clanratten in die Schützen und Clanratten in die Kriegsmaschine. Stehen schießen. Ich fange hier an. Ja. Jupp. Stehen schießen. Einer. Verbundet. Ja. Stirbt. Gut. Dann ziehen die sich jetzt zusammen. So. Römmel. Komm hier. Der Großteil ist hier. Ja. Der steht immer so schön daneben mit dem Feld. Und guckst sich den ganzen Spaß hier an. Ich habe hier einmal Handi Gottes gespielt. Die Mauer da weggepackt. Was? So. Hier Kriegsmaschine wolltest du angraben, sagst du ne? 6 plus 5, 11. Warte ich. Im nächsten Mal eben. Ja. So. Hier Kriegsmaschine wolltest du angraben, sagst du ne? Die verstecken sich hinter der Kriegsmaschine. Wuhuhu. Die bösen Lappen sind da. Aua, du darfst ja nur mit 6 Stück kämpfen. Jo. Was für mich nicht so schlecht ist. Dann haltet sich da 7 Attacken. Stimmt alles andere seit, ne? Ja. Ja gut. Dann ähm. Ja mach mal. 7 Attacken. KG 3. Ich auch. Also auf die 4. 2, 3, 4. Hören vorher sein kann man nach Angst. Hahahaha. Kann ich mit dem Leben? Alle? Ja. Wow. Sterbe 3. Widerstand 3. Hä? Hat die Kanone nicht mit dem Widerstand? Äh. Nein. Im Nahkampf greifst du die Besatzte. Okay. Im Fernkampf verschanzen sie sich hinter den Bestenkel. Also auf die 4. 2, 3, 4. Ja warum nicht so überlegen ne? Buff. Kannst du überrennen. Weil die ist tot in der ersten Runde. Das mal kannst. Gut. Dann richte ich die neu aus, dass die äh zu den Richtung Demi greifen gucken. Also um die eigene. Weil überrennen kann ich ja nicht wesentlich. Weil die sind ja nicht geflohen. Du kannst wenn du die in der ersten Runde in der Einheit sofort ausschaltest, kannst du auch überrennen. Ah ok. Aber du würdest hier gegen den Stein hauen. Das macht schon so mehr Sinn. Richtig. Sind wir dort. Ja. Dann fängt der Häuptling an. Jawohl. Ugachaka. Ugachaka. Der Häuptling kann hier von 4 auf die 3. Auf die 3 auf die 4 auf die 4. Jawohl. Da war doch noch eine 4 bei. Das 1 ist eine 4 in deinem Daumen. Stimmt. Es ist schon spät. Jetzt bescheiße ich mich grad selber. Warte mal kurz bitte. Ich möchte mal das Spielfeld ein bisschen verschieben. Also weder auf die 4. Jawohl. Noch zu 3. Dann dürfen 6 zurückschlagen. 4. 6. Auf die 4. Auf die 4. Einmal. 5er Wuchse. Einmal gerüstet. 4 verloren. Angriff. Banner. Ränge. Ich glaub du's halt hier. Schlangenauge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die haben 7 glaub ich. Ja. Die laufen. Ich über Renner. Und zwar laufe ich 9 Zoll weg. Gradiose. Ich laufe 6 hinterher. Ja. Entstehen bleiben soll. 9 Zoll. Dann komm ich mit der vordere Seite hinten raus. Und die machen sich dann auch für eine Breite, weil sie Tänkler sind. Aber nichts anderes darf ich mich nicht bewegen. Aber darf ich schießen oder? Jep. Aber wird halt gewertet wie eine normale Bewegung. Nicht wie Marsch, sondern wie Bewegung. Das wäre ja aber jedem egal. Die schießt ja sowieso mit BF dann ein Beweger. Stimmt. Egal was zu machen. Juti Juti Juti. Gut. Runde Nummer 6 Imperium. Genau. Letzte Runde Imperium und auch letzte Runde Skarven. Das wird spannend. Ich verhalte sie jetzt die Wemi greifen. Glaub ich. Ja komm. Ich verhalte die volle deine Sklaven. Äh Skarven. Nicht Skarven. Skarven. Hier. Die Klaner hatte. Das hier ist zu weit weg. Da brauche ich ja nicht würfeln. Also. Haben wir hier einen Ruf von neuen Kuss. Ach Christoph 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 Christoph. Wirst du anlegen? Ja. Ich nehme an. Ich nehme an. Was reicht mit einer neuen Kussbewegung. Bam. Warte mal. Maximal ausgerichtet. So. Dann haben wir restlichen. Entschuldigung. Sommeln. Nein. Laufen weiter. Laufen sie. 3 Zoll. Damit sind sie vom Spielfeld. Als Verlust erfährt. Und dann. Bewilligung. Äh. Warte mal. Das ist scheiße. Ne? Wenn ich dir jetzt neu formiere. Können sie nicht schießen. Wenn sie so stehen bleiben. Da haben sie nichts. Können sie nicht schießen. Weil da nichts ist. Kannst du viel mal machen. Ich weiß was was ich machen kann. Rasche Neuformierung. Funktioniert. Um die eigene Achse gedreht. Bewegt. Zwei. Drei. Vier. Die profitieren. Eigentlich auch davon. Ist aber egal. Die werden so ausgerichtet. Die werden so ausgerichtet. Ist alles hier unten. Ne. Ja. Na kann. Ne. Die haben wir. Laternoagica. Und zwar möchte ich auch noch mal das andere. Ich würde verbunden noch mal haben. Mit einer Doppel 6 kann es ja nicht man. Okay. Also die haben wieder den Verbundungswurf wiederholen. Für den Fall nämlich, dass du meine Demi greifen aufreibst. Umrennst. Und dadurch in den Stil reinkommst. Sicher ist sicher. So den Wald hin verschiebe ich mal. Den brauchen wir ja nicht mehr. Der ist ja im Prinzip obsolet geworden. So. Ich habe hier nämlich Platz das alles hinzudrapieren. Dann kämpfen wir. Ich habe Initiative 4, 3. Du hast Initiative 4. Richtig? Genau. Richtig. Also hau mal zu. Dann hau ich zu. Komm mal das Erdung anstich. Wegen Demi greifen? Eine 8. Du hast eine Moralreifung 5. 6. 7. Ja. Damit habe ich Angst. 2, 4, 6. Du stehst 7 breit. Habe ich 1, 22 Attacken. Wenn ich alle nutzen kann. Ne. 7, 14. Hier stehen 5 hinter. Sind? 19. 19 plus Champion 20. 3, 4, 7, 8, 10. Mach ich 2 mal 10. Auf die 5. Wobei. Wenn die so stehen. Maximiert. Können die beiden nicht zuschlagen. Gut. Da fehlt ein paar Millimeter leider. 2 raus. Also. 18. Mach ich den ersten mit 10. In zweit mit 8. Ja. Auf die 5. 3. Mhm. Und du raus. 5. Hier holen. 5 mal mit Stärke 3. Auf Widerstand 4. Macht wieder die 5. 3. 3 mal Buchse 1. 3 mal Buchse 1 gehalten. Dann gibt es auch die Fresse. Demingreifen. 3 Attacken. In der selben Initiativreihenfolge gerade. Treffen dich auf die 3. Nicht sehr motiviert. Und fressen dich auf die Zoo. 2 mal. Keine Parade bei späteren. Stimmt. Dann nehmen wir 2 raus. Die sind auch schon raus. Die sind auch schon raus hier hinten. Das heißt dann nehme ich den und den. Das ist eine andere. Oha. Oha. Dann kommen die Reiter. Drei Attacken noch aktuell. Auf die 3 Treffen. Und auf die 3 Verwurscht. Das sind Lanzen. Man muss auf die 2 Matschen machen. Eine Matsche. Die Niedertrampe. Und nochmal 2 Matschen. Dann waren das jetzt die hier. 5. 6 Stück. Ne. Warte mal. 5. 5. 5 raus. 5 plus 1. 6. Du hast einen Rang und du hast einen Banner. Plus 2. 4. 4. Ich gewinne den Nahkampf um 4. Ich hab Moralwert von 6. Mit dem Rang. Warte mal. Du bist mehr Ränge. Du bist unmodifiziert. Also du bist ja was ist das? Standhaft? Standhaft. Wenn du mehr Ränge hast als ich. Ja. Kannst du unmodifiziert testen. Also auf die 6. Bleib stehen. Gut. Dann ähm. Ja mach sie gleich. Schön als ob die. Mach sie gleich einfach. Alles gut. Dann sind wir jetzt in deiner 6. Ja. Und der letzten Runde. Ich sag ähm. Rasche Neuformierung da hinten an. Denn die können nix mehr nachher kommen. Ja. Die sind noch im Spiel wegen Hübschigkeit. Für Hübschigkeit. Ja. Und wir hauen es hier wieder. Ja. Dann sind es. 15. 15 Attraken. Nee. Stopp. Die beiden durften nicht. 13. Es sei denn du merkst die nochmal. Die kannst du nicht. Du hast verloren. 6. 8. 10. 12. 13. Ja. So. Kann ich jetzt nur gewinnen. Also wenn das nicht nur gut wird. Dann weiß ich auch nicht. Ja. Dann liegt noch ein Würfel. Bescheiß dich nicht selber. 3. 4. 6. 8. 1. Ja. So fair bin ich. Ich spiel keine Rasse. Ja. Ich spiel schon so. Garbig bescheiß nicht nur andere. Sondern auch mich selber. Stopp. Bevor du jetzt das auflöst. Mach bitte mal einen Angsttest. Ist ja mal eine Runde. 4. Passt. Keine Angst. Also auf die 4. So. Auf die 5. Verbunden. 2. 3. Dreimal Heiserhose. Und alles geschafft. Riposte. Deni greifen. Dann sind das. Das mich jetzt überlegen. 6 Attacken auf die 3. Einmal nicht. Matsche auf die 2. 4 mal Matsche. Oh der löst sich. Das ist einfach stehen. Also ich lich hier eine 4 nehmen. 4 sind daraus. Reiter auf die 3. 2. Und jetzt nur noch auf die Stärke 4. 3. 3. 3. Wir haben gleich doch so ein Schild, ne? Richtig. Dann darfst du auf die 6 testen. 2 mal. 1 mal. Das heißt hier sind 5 raus aus dem. Und 2 mal die aus Rampeln. Matsche auf die 2. 1 und mehr. 6. 6. Dann steht hier quasi nur noch einer. Das Schlangenaube. Nein. Ich geh stiften. Ich verfolge dir. 8. Mit einer 12. Ja. Die sind dann vom Spielfeld runter. Ich hab dich immer komplett gefressen. Und dann war das das Spiel eigentlich, ne? Richtig. Weil mehr passiert nicht mehr. Das war die 6. Runde. Jo. Machen wir gleich eine Nachbesprechung, ne? Würde ich sagen. Wollen wir mal um? Nachbesprechung. Silent. Izzy. Nachbesprechung. Spiel. Massaker. Definitiv. Blutbad. Wie immer. Du bist ja quasi Gast. Sag mal, was zum Spiel. Allgemeiner Verlauf. Was hast du nicht erwartet? Und dann auch das übliche Unit of Fame, Unit of Shame. Mit Ruhe. Was ich nicht erwartet hab, war das Szenario Angriff im Morgenraum. Bei Dämmung. Bei Dämmung. Bei Dämmung. Aber ist ja fast dasselbe. Richtig. Ja. Dass ich plötzlich zum Beispiel hier die, wie heißt es, Clanratten auf der Flanke hatte. Mhm. Und das auch sehr weit weg von dem Rest des Zentrums. Ja. Dass ich halt alles so ein bisschen quer durchmischen musste und nicht so starten konnte, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hab. Ja. Ja. Das haut dann schnell die Taktik, die man sich überlebt mit der Liste, ne? Richtig. Da muss man halt ein bisschen umdenken und gucken, wie mach ich jetzt was. Wobei ich sagen muss, die haben sich auf der linken Flanke jetzt. War deine, ja. War meine. Genau. Sehr bewährt gemacht. Die haben auch ihre Punkte mehr als wett gemacht. Nachdem sie die Pistoliere und den General gefressen haben. Ja, also bei Planungsfehlen kommen wir gleich. Ja, auf der Flanke lief es, ja, am Anfang recht zäh, aber hat dann ein wenig sich aufgelockert, als die Sklaven weg waren. Mhm. Sehr ärgerlich war dann auch, als dann in einem Zug sich das Seuchenklavenkatapult und die Warblitzkanone verabschiedet haben. Grab into the toilet. Richtig. Aber total. Und den Zug davor hat sich ja das Waffenteam auch noch Horido in einen Haufen Matsch verwandelt. Ja. Das war's dann mit meinen wirklich harten Beschussoptionen gegen sowas wie Dewi greifen. Ja. Hatte ich dann nichts mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. War ärgerlich. Aber ich muss sagen, auch der harte Kern hier, der bis zum Schluss durchgehalten hat von den Sturmratten, war gut. Auch das am Ende der General sich dann doch gedacht hat, hauen wir mal zu und fliehen mal nicht. Wie kann ich das sonst immer machen? Ja. Hatte ein wenig zu viel Amorstein geschnüffelt. Der war voll drauf. Ja. Unit of Fame. Ja, Unit of Fame. Ganz klar die lilafarbenen Clanratten. Weil Leila ist geiler. Ja. Ja. Das war einfach auf der Flanke ein Massaker, was sie angerichtet haben. Ich sehe es ein. Die haben ihre Punkte mehr als mitgemacht. Ja. Die Kriegsmaschine haben die auch noch weggefressen. 120 Punkte Kriegsmaschine. Was haben die Ritter gekostet? Keine Ahnung. Die Pistoliere waren 90. Die Pistoliere waren 90. Die Ritter steckten in Skarbensklaven. Stimmt. 90, 210. Ich glaube er kostet irgendwas um die 150, 160. Auf jeden Fall. Sagen wir mal 350 Punkte. Und der Block hat 150, 180 Punkte um den Dreh gekostet. Ja definitiv. Ja. Unit of Shame. Ganz klar die Rattling Gun. Ja. Die hat... Oh ich kieße sie jetzt. Aaaaah. Sich selbst zerlegt. Ja. Der Zauberer war so ein bisschen mit dabei. Der hat Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ein bisschen Beschuss von anderen Sachen weggezogen. Muss ich sagen. War zwar nicht die Aufgabe, die ich ihm erst zugedacht habe. Aber war gar nicht mal so verkehrt. Der hat auch nicht wirklich viel gemacht. Ne. Aber definitiv Shame. Da bin ich ganz klar bei dir. Die Rattling Gun hat überhaupt nichts gemacht. Und dachte so. Hahaha. Hahaha. Jetzt kommen 18 Schuss. Ne doch nicht. Plötchen. Okay. Schön. Schön schön. Schön auch wieder eine Rappenmatze zu sehen. Schön auch mal wieder Regimenter zu schubsen. Muss ich resumiert sagen. Ähm. Man merkt tatsächlich, wie eingerostet man ist in dem System. Es war immer dieses Ohr. Was machen wir jetzt? Das habt ihr ja im Video mitgekriegt. Ähm. Ich war durch das Angriff bei Immerum gar nicht so im Nachteil. Also ich hatte tatsächlich das Glück. Das was im Zentrum sollte war im Zentrum. Die rechte Flanke mit der Kavallerie war gut. Die linke Flanke mit Bogenschützen und Demigreifen. Die Demigreifen werden auch auf die andere Seite gemusst eigentlich. Oder die komplette Kavallerie. Das wäre dann der andere Plan gewesen. Aber das war gar nicht so schlecht. Was mir natürlich das Genick gebrochen hat. Ganz am Anfang. Hey! Ich habe meinen Held und ich habe Kavallerie. Das ist schon voll gut. Scheiße. War die gar nicht. Da habe ich natürlich wieder das Problem. Ich habe lange nicht gespielt. Ähm. Ich habe die Pistoliere zum einen mal wieder überschätzt. Und zum anderen Scheiße gewürfelt. Ja. Weißt du. 3W6 fliehen. Was würfel ich in so einem 3 Zoll. Da ist es. Also da ist es auch. Der Beste. Das Beste Pferd ist dann auch zu langsam. Ähm. Die. Die Ritter sind dummerweise der Wrofflitz-Kanon anheimgefallen. Das ist nicht so. Die Skarven haben scheiß. Nein, das ist scheiß. Fiese Mittelchen Rüstung zu Indigieren. Und da bringt mir auch die 1 plus Rüstung. Das ist eh und nichts. Ähm. Unit of Fame and Shame. Unit of Shame. Unit of Shame. Mit fällt er. Ich habe ihn total überschätzt. Dadurch total verheizt. In genau dem da. Der hat glaube ich 2 rausgerissen. 2 Ratten. 2 oder 3. Und das Pegasus vielleicht auch noch einer. Lass es 3 Verluste gewesen sein. Nahkampf dann um 1 verloren. Geflohen. Fliegen. 3 W6 beim Abhauen. Und trotzdem überrannt von normalen Rand. 4 oder so gewürfelt. Das ist also. Der war wirklich Shame. Fame. Ich zendiere. Zwischen der Höllenfeuer Salbenkanone. Und den Demigreifen. Weil. Höllenfeuer Salbenkanone hat im ersten Spiel. Also im ersten Spiel seit langem. Und generell im ersten Spiel was ich gemacht habe. Also nicht eine Fehlfunktion gewürfelt. Also nicht einmal musste ich irgendwie. Die Schüsse halbieren. Ähm. Dazu kam natürlich günstigerweise. Dass du auch nicht angekommen bist. Und in Reichweil gekommen bist. Von daher hat die relativ viel gemacht. Dafür dass die nur 120 Punkte kostet. Und die Demigreifen haben. Natürlich am Anfang. Diesen Angriff da. Also die Sklaven haben sie weggerotzt. Klar. Dann den Angriff auf die Sturmwarten zwar verpatzt. Genug Stand gehalten. Als sie in den Rücken angegriffen wurden. Dass sie nur weggerannt sind. Durch die Sturmwarten durch. Keinen verloren haben. Dadurch. Sondern nur durchs Feld. Sich dann gesammelt haben. Und dann auf der Seite. Also quasi in meinem rechts äußeren Zentrum nochmal aufgeräumt haben. Und dann auch wieder weggemacht haben. Dadurch eigentlich dieses. Dieser Aufstieg von. Oh ist das scheiße. Hier passiert gar nichts. Bis zu. Hey. Die sind da richtig gut gewesen. Ähm. Die Mehrfelder Stachelschneider sind aus jeder Wertung raus. Weil die sind sowieso die beste Einheit die ich habe. Die haben schon das meiste gemacht immer. Und ähm. Ähm. Ich freue mich schon. Die wirklich. Fürs richtige Aserland. Da machen wir heute immer mal. In gedecktem Gelb. Ähm. Ähm. Ja. 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 Im Bereich. Warhammer Fantasy Battles. Für etwas ähnliches. Zumindest ein Spielbericht in irgendeiner Art und Weise. Bald wiedersehen. Sagen Sie Danke. Bis zum nächsten Mal. Und euch. Einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Einen schönen Morgen. Wann immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Keep on Wargaming.